Zwischen zwei Sternen. Rolf trifft. Hallo Herr Schmidt, ich grüße Sie. Schön, dass Sie wieder da sind. Hallo, ich freue mich einmal wieder hier zu sein. Ja, es ist ja jetzt ungefähr ein Jahr her, dass ich Sie das letzte Mal in der Sendung begrüßen durfte. Seither ist relativ viel passiert, vor allem bei Ihnen und vor allem im Monat September, nämlich Ihr neues Buch ist erschienen, worüber wir heute auch vornehmlich sprechen werden. Vielleicht zu Beginn, das Buch, als ich es gelesen habe, hat mich das sehr schnell an unser Gespräch erinnert, nämlich an die erste Frage, die ich Ihnen gestellt habe. Ich habe Sie damals gefragt, der obligatorischen Frage, wie es Ihnen geht. Wie es Ihnen geht und Sie haben daraufhin die zweitinteressanteste Antwort gegeben, die mir ein Gast halt gegeben hat in diesen Gesprächen. Die Kurzform lautet, es spielt eigentlich keine Rolle, denn Sie bevorzugen eine emotionale Gleichförmigkeit. Und als ich das Vorwort vom Dominik Graf gelesen habe, dann stand da drin, dass bei dem Filmkritiker jedwede eigene Befindlichkeit keine Rolle bei der Rezeption eines Werkes spielt. In dem Zusammenhang, wie sind Sie eigentlich dazu gekommen, Dominik Graf für das Vorwort gewinnen zu können? Ich selbst war es gar nicht. Ich hatte nur die abwegige Idee oder die unglaubliche Idee. Unglaublich, weil ich es nicht für möglich hielt, dass Dominik Graf das Vorwort verfasst. Es war so, dass mein Verleger Marco Siedelmann, also von Seidelmann & Company, mich fragte, ob es sinnvoll sei, ein Vorwort zu haben in diesem Buch. Und ich sagte grundsätzlich vielleicht schon, nur kommt es ja darauf an, wer hat es geschrieben. Und nun jetzt einfach einen Kollegen, also einen Filmkritiker zu bitten, ein Vorwort zu schreiben, fand ich ein bisschen einfallslos. Und da ich ja auch ziemlich solistisch unterwegs bin, nicht zu einer Schule oder einer Redaktion gehöre, fiel mir auch gar nicht jemand ein, der dafür in Frage kommen würde. Und ich sagte etwas vermessen, wenn jemand ein Vorwort schreiben sollte, dann wäre es Dominik Graf. Woraufhin mein Verleger sagte, dass er Dominik Graf kontaktieren will. Es bestand schon ein loser Kontakt wohl und dann hat das geklappt. Ich muss dazu sagen, ich habe Dominik Graf auch schon getroffen. Wir hatten mal eine Veranstaltung zusammen auf dem Filmfestival in Kassel und haben uns da sehr gut verstanden, uns über Genre Kino ausgetauscht. Und mir war zu Ohren gekommen, dass er die Filmanalyse hin und wieder oder regelmäßig sich ansieht. Und insofern war die Möglichkeit durchaus gegeben, dass er zumindest Interesse daran haben könnte. Aber ich hatte eher gedacht, ein Mann wie Dominik Graf hat kaum Zeit, ein doch recht umfangreiches Vorwort zu verfassen. Und das hat mich dann selbst überrascht und sehr gefreut. Ja, ein umfangreiches Vorwort zu einem umfangreichen Buch. Ihr Buch hat über 700 Seiten. Ja, ich kann es mal hier zeigen. Es ist gewichtig. Man braucht keine Handhälen mehr. Nein, ganz so schwer ist es dann auch nicht. Aber es sind 720 Seiten. In der Tat sind 120 Filmanalysen und ein bisschen großformatiger ist das Buch. Und das ist ein merkwürdiges Gefühl, wenn man plötzlich die Filmanalysen, die es in Videoformen gibt, plötzlich gedruckt vor sich findet. Dann hat das etwas sehr Manifestes. Es ist doch etwas anderes als die reine digitale Existenz. Ja, aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass die digitale Form etwas leichter in der Hand wiegt. Wer Dominik Graf nicht kennt, vielleicht ganz kurz zur Einordnung. Er ist Professor für Regie und hat inszeniert beispielsweise den Tatort immer mal wieder und Polizeiruf 110. Aber auch Filme wie Fabian oder Der Gang vor die Hunde oder Der rote Kacka, Du. Wenn das für Sie in Ordnung ist, würde ich Sie immer mal während des Gesprächs mit Zitaten vom Herrn Graf konfrontieren, die auf Sie gemützt sind. Das Vorwort ist ja sehr bejahend beziehungsweise sehr wohlwollend. Und vielleicht ganz kurz, worum geht es denn in Ihrem Buch? Nun, mein Buch ist eine Kompilage der Filmanalysen aus den vergangenen zwölf Jahren. Also seit 2011 gibt es meinen Kanal Die Filmanalyse. Und dieses Buch versammelt nun die 120 besten, interessanten, wichtigsten Filmanalysen. Es ist eine recht subjektive Auswahl insofern, als mein Verleger und ich diese getroffen haben. Aber ich denke, sie ist charakteristisch für das, was ich auf meinem Kanal tue. Der Vorteil ist also hier, man kann die Texte noch einmal nachlesen. Es hat einen gewissen lexikalischen Charakter, wenn man so möchte. Da bei der Filmanalyse es ja so ist, dass reagiert wird auf das, was im Kino erscheint. Und so kommt jede Woche ein neues Video. Aber es stellt sich eigentlich nichts Zusammenhängendes her. Wenn man aber diese Filmanalysen dann einmal nimmt und sie aufteilt in Kapitel, zum Beispiel ein Kapitel über die alten Meister und die neuen Meister Hollywoods, wenn man ein Kapitel zum deutschen Film anlegt, dann ergeben doch auch diese ganzen Puzzleteile in neuer Weise Sinn. Und dann gibt es noch ein ausführliches Interview mit mir, in dem ich auf meine Arbeit eingehe als Filmkritiker und generell, wie ich das Kino und dessen Zukunft betrachte. Ja, bei den beiden Kapiteln, die alten und die neuen Meister, sind mir zwei Dinge aufgefallen. Einmal, sie benutzen gern Klammern in ihren Überschriften, um da so eine Doppelbürtigkeit reinzubringen. Und sie haben den Film Eyes Wide Shut von 1999 unter die alten Meister einsortiert und den Film Robocop von 1987 unter die neuen Meister. Wie hängt das zusammen? Nun, es ist natürlich schwierig, solche Einteilungen zu machen, wo man sehr genau weiß aus der Geschichte, dass es mit Epochen so ist, dass sie nicht abrupt enden und dann abrupt etwas Neues beginnt. Ich rechtfertige das so, dass Kubrick der ältere Meister ist und er zugleich mit Eyes Wide Shut auch ein Spätwerk vorlegt, also nicht einen Film, der von besonders jugendlicher Frische ist, womit aber nichts gegen das Werk gesagt sein soll. Und dagegen hat Robocop schon das Ungestümere eines neuen Meisters. Aber ich gebe zu, hier ist also die Einteilung eine, die irgendwie getroffen werden muss, weil das natürlich auch zeigt, sobald man Dinge wieder zusammenbringt unter einem Kapitel, rubriziert, kommt man in die Verlegenheit, dass man versuchen muss, dort zu trennen und dort zu verbinden, wo es vielleicht nicht immer möglich ist. Okay. Dominik Graf schreibt in seinem Vorwort, dass er an Ihnen sehr schätzt, dass Sie den Verzicht auf den wohlfeilen Ironiefaktor praktizieren. In dem Zusammenhang hatte ich gehofft, und ich bin da nicht allein, ich habe mir die Kommentare durchgelesen, als Sie das Buch angekündigt haben, ob denn die Hochzeit als Analyse in schriftlicher Form darliegen würde. Sie haben sich aber entschieden, das Klassentreffen 1.0 quasi von den Schweiger-Comodien einzubinden. Wie war da die Herangehensweise? Also, dass Sie etwas von Schweiger nehmen würden, war, glaube ich, vorher schon klar. Das war völlig klar. Nur ist ja die Hochzeit etwas, was performativ nur funktioniert. Das heißt also, diese Analyse funktioniert nicht durch den Text allein, oder sagen wir nur sekundär durch den Text, sondern primär funktioniert diese Analyse besonders gut, weil man mich sieht, in einer besonderen Art sprechen hört. Denn diese Analyse hat natürlich textlich nichts mit dem zu tun, was ich sonst in der Filmanalyse mache, sondern es war ja eher der Versuch, mich hineinzuversetzen in den wohl typischen Zuschauer, der Spaß haben kann mit einer solch hirnrissigen Komödie. Und dann auch noch in dieser Verkleidung eines eben solchen Zuschauers wirkt das, und da man mich sonst in anderer Umgebung, in einer anderen Art zu sprechen kennt, besonders komisch. Dies aber jetzt zu übertragen auf ein Buch, also diesen Medientransfer zu leisten, das ist nicht drin. Also hier ist es ganz klar so, dass die Performance auch die Analyse ist. Das heißt, dort jetzt nur den Text zu haben, das würde tatsächlich so wirken, als hätte man einfach eine Drehbuchszene, aber keine Regieanweisung, nichts, und würde überhaupt nicht wissen, was damit eigentlich gemeint ist. Und deswegen ist das als gedrucktes nicht machbar. Und da gibt es so ein paar Ausnahmen. Ich habe ja auch mal einen Marvel-Film so besprochen als ASMR und habe also da mich über diese Art des Sprechens in diesen Filmen lustig gemacht und zugleich dieses ASMR-Genre auf die Schippe genommen. Das ist selbstverständlich auch etwas, was man nicht ins Buch übertragen kann. Anderes hingegen wird vielleicht erst durch die Lektüre besonders bewusst etwas, was vielleicht durch das reine Hören nicht so da sein kann. Also es ist ja doch noch mal ein anderer Zugang zu einem Text, ob man ihn in gesprochener Form oder in gelesener Form vorfindet. Weil Sie sagen, dass Sie da auch anders gekleidet sind und dass das ja in dem Text gar nicht rüberkommen würde. Wenn man Ihr Buch googelt oder auch Ihre Person googelt, dann ist meistens so in der Herleitung, welche Person Sie sind, wird davon gesprochen, dass Sie der Filmkritiker im Anzug sind. Ist das für Sie eine schmeichelnde Umschreibung oder ist das für Sie oberflächlich, dass man Sie so einleitet? Ich liebe es, auf mein Äußeres reduziert zu werden. Und ich würde sagen, es sind merkwürdige Zeiten, in denen das Anzug tragen zum Alleinstellungsmerkmal wird. Das war mal die Uniform aller Herren. Und insofern finde ich es ein bisschen amüsant dann auch. Und ja, ich kann ja nicht mich in diesen Anzügen zeigen, die ja auch oftmals ein bisschen ungewöhnlich sind. Also es ist ja nicht nur dunkelgrau und dunkelblau bei mir im Kleiderschrank zu finden. Und dann mich aber am Ende aufregen, dass Leute über meine Anzüge sprechen. Also das finde ich ein bisschen albern. Es gibt ja sehr viele Leute, die im Fernsehen auftreten und vor allem dadurch bekannt sind, dass sie irgendwelche Kostüme tragen oder merkwürdige Frisuren, was weiß ich, und dann aber gerne auf ihre inneren Werte reduziert werden wollen. Das habe ich schon immer als lachhaft eingesetzt. Und ich muss sagen, ja, das spielt natürlich auch eine Rolle. Also man sieht mich bei YouTube und da gibt es auch Reaktionen darauf. Und das finde ich auch überhaupt nicht schlimm. Also ich habe das ja ausgewählt, sonst hätte ich ja sagen können, ich bleibe unsichtbar oder schreibe Texte, statt irgendwo in einem Video zu erscheinen. Das irritiert mich überhaupt nicht. Okay. Und apropos Alleinstellungsmerkmal. Eins ihrer Alleinstellungsmerkmale ist ja, dass sie ihre Analysen mit dem Satz von Tarkovsky beenden. Wir schauen nur, aber wir sehen nicht. Und ich glaube, dass die meisten, die sich ihr Buch kaufen, natürlich darauf warten, ob und wann dieser Satz kommt. Und der kommt sehr, sehr früh. Sie enden ja quasi die Einleitung mit, damit ich nicht nur schaue, sondern sehe. In den Kommentaren über ihr Buch habe ich gelesen, dass ich einer gewünscht hätte, sie würden schreiben, wir schmökern nur, aber lesen nicht. Das fand ich auch witzig. Aber wie kam es eigentlich zu dem Satz, dass sie den tatsächlich in jedem einzelnen Video benutzen und ja nun auch in ihrem Buch benutzen? Ist das eine Masche, ein Erkennungssymbol oder eine innige Liebe zu diesem Satz? Es ist eine innige Liebe zu dem Satz. Dieser Satz ist sehr, sehr vieldeutig, dass ich jetzt auch nach über 600 Analysen nicht sagen kann, dass ich des Satzes überdrüssig geworden bin oder dass der Satz seine Wirkung verloren hat. Dass der Satz in die Filmanalyse hineingekommen ist, war ein relativer Zufall, wie das ja häufig so ist. Ich las damals einige Dinge zu und über Tarkowski, von Tarkowski auch, als ich plante, die Filmanalyse zu drehen und ich wusste, dass das in zwei, drei Wochen beginnt, dieses Projekt und dann fand ich diesen Satz und dachte, das wäre eigentlich ein sehr guter Satz, um die Filmanalyse immer enden zu lassen und dann habe ich das einmal gemacht und dann habe ich damit nicht mehr aufgehört. Und ich glaube, das war goldrichtig, diesen Satz zu nehmen. Es ist sehr schwierig, einen Satz zu finden, mit dem man immer enden kann. Ich glaube aber, dass man schon eine gewisse Form haben soll. Ich erinnerte mich damals schon an das literarische Quartett, das von Marcel Reich-Ranitzki immer mit den Worten beendet wurde von Berthold Brecht ist und zwar Wir sehen betroffen den Vorhang zu und alle Fragen offen. Auch ein ziemlich guter Schluss. Und dann hatte er noch eine Solo-Sendung, Reich-Ranitzki Solo und dort endete er immer mit Goethe, Faust ist Irrt der Mensch, solange er strebt. Das hat nur so leidlich gut gepasst, da Marcel Reich-Ranitzki nicht derjenige war, der dafür bekannt war, seine Irrtümer öffentlich auszustellen, um es mal höflich zu sagen. Insofern, der Brechtsatz war besser und man findet nicht immer einen, man kann auch Formate machen, ohne einen Satz am Ende zu haben. Ich glaube, dass sich das hier gut ergeben hat und da es nicht irgendein Satz ist, sondern er entscheidend mit dem zu tun hat, was wir alle machen, wenn wir ins Kino gehen, nämlich schauen, sehen, wir haben diese Doppeldeutigkeit darin und man zugleich auch noch diese Komponente hat, dass man also etwas tiefer erblicken kann. Nun, das ist möglich in einem religiösen Verhältnis, dass man etwas plötzlich erkennt. Das kann aber auch in ideologiekritischer Hinsicht einen dazu führen, dass man etwas klarer sieht, also unverstellt erkennen kann. Sie sprechen in Ihrem Buch auch darüber, dass Ihre Videos so entstehen, dass Sie sich Notizen machen und dann auf Grundlage dieser Notizen reden, um eine gewisse Wirklichkeit hineinzubringen. Und so liest sich tatsächlich auch Ihr Buch, also Sie haben natürlich auf Redundanzen verzichtet und da geringfügige Anpassungen gemacht, aber es liest sich so, wie Sie auch sprechen. Und meine Frage dazu ist, müssen Sie manchmal oder wie häufig müssen Sie Videos mehrmals drehen, wenn Sie zum Beispiel sagen, ich bin jetzt mit meiner Wirklichkeit von gerade eben nicht zufrieden? Sagen wir so, wenn ich es jetzt durchschnittlich betrachte, manchmal hat man vielleicht einen schlechteren Tag, aber dann ist es so, dass von den vier oder fünf Takes, vier Takes sind es meistens, die es gibt, also von den vier Abschnitten, die eine Analyse hat, wenn sie so 20, 25 Minuten geht, dann ist es in der Regel so, dass ich bei einem Abschnitt, bei einem Kapitel nochmal neu ansetzen muss. Manchmal läuft es gerade durch und manchmal passiert einmal was und das sind meistens aber nicht Fälle, in denen ich mich falsch ausgedrückt habe und dann sage, ich muss das nochmal machen, sondern manchmal stolpert man über seine eigene Zunge oder es fällt einem irgendwas wirklich nicht mehr ein und zwar meistens der Name des Hauptdarstellers oder sowas und dann muss man es einfach nochmal gerade wiederholen, aber das geht sehr schnell, das heißt also, wenn die Filmanalyse 25 Minuten dauert, ist die in 30 Minuten abgedreht, also das geht sehr schnell, ich bereite mich innerlich eigentlich ganz gut vor und man bekommt auch eine Routine dabei und man muss auch sagen, dass es nicht um eine absolute Perfektion geht in dem Sinne, dass man versucht, 99,999% zu erreichen in allem, was man genau so immer sagen wollte, dann wird man im Grunde nie fertig, dann müsste man einfach einen Fließtext ablesen und diesen Text hätte man dann auch schon fünfmal überarbeitet, so kann man eigentlich nicht herangehen, sondern man muss sehen, dass es eine Äußerung ist, die zwar vorbereitet ist, aber die dann auch im Moment entsteht. Es ist schon das allmähliche Verfertigen der Gedanken beim Reden, das dort stattfindet und das bedeutet auch, dass man vielleicht einmal eine Wortwiederholung drin hat oder dass man möglicherweise irgendetwas ein wenig nicht so auf den Punkt bringen kann, aber das ist überhaupt nicht tragisch und das verzeihen wir ja in einem Gespräch oder in einem freigehaltenen Vortrag auch, wir wollen diese Korrektheit sicherlich schon haben im Sinne von einer Redlichkeit, dass man sich Mühe gibt, aber es geht jetzt nicht darum, eine Szene zu spielen wie beim Film, wo dann alles akkurat so sein soll und dann ist das fertig, sondern ich gehe schon auch sehr offen in die Filmanalyse rein, also ich weiß, womit ich beginne und was hinten rauskommt und was ich alles vorhabe zu sagen, aber welche Formulierung dann genau in dem Moment entsteht, das muss ich nicht vorher skripten, das ist auch für mich der Reiz eigentlich dabei. Das führt mich zu einer anderen Frage, die ich nachher stelle, ich muss erst mal zu der Frage hinleiten, es gibt Videos, die erwartet man auf ihrem Kanal, dazu zählen Filmanalysen, dann gibt es Videos, da ist man positiv überrascht, aber hat sie auch irgendwie erwartet, wenn sie kommen und das sind manchmal so Essays über bestimmte Themen wie zum Beispiel wie TikTok den Film zerstört und dann gibt es Videos, wo ich hätte schwören können, dass ich sowas niemals auf ihrem Kanal sehen würde und dann sehe ich das doch nämlich zum Beispiel ein Unboxing. Wie war die Entscheidungsfindung zu diesem besonderen Anlass, ein Unboxing zu drehen? Nun, ich habe diesen YouTube Award bekommen, den erhält man, wenn man 100.000 Abonnenten hat und es ist dann so, dass diese YouTuber und ich bin ja am Ende auch einer, in der Regel diesen Award dann auspacken und ihrem Publikum zeigen. Wenn ich das mache, hat das tatsächlich etwas fast Absurdes, möchte man sagen, weil obwohl ich YouTuber bin, dann doch nicht so ganz in diese YouTuber-Welt hineinpasse und vielleicht auch ein bisschen anders aussehe als die meisten YouTuber die erfolgreich sind und solche Awards auspacken können. Und deswegen fand ich es besonders amüsant, dies zu tun. Und es ist ja ohnehin ein interessantes Genre, dass man etwas auspackt und sich darüber freut, wissen will, was drin ist, wie sieht es denn aus. Das kennen wir von den Tagen, als wir unter dem Christbaum saßen. Wir kennen es in gewisser Weise auch noch, wenn die Boten, die Amazonen kommen und uns die Pakete liefern. Aber dass man ein Genre daraus bildet, dass Menschen Menschen zusehen, die etwas auspacken, ist ja doch etwas sehr Erstaunliches. Das hatten wir in dieser Weise eigentlich vor dem Internet-Zeitalter nicht. Es gibt Shopping-Sender seit vielen Jahren und Jahrzehnten, aber dass man etwas auspackt, dass also nicht der Konsum gezeigt wird, sondern der Konsum ist schon, also das, was man konsumiert hat, per Online-Klick ja dann meist, ist eingetroffen und nun kann man diese Ware bestaunen. Also wie wird der Konsument, der sich oder der Verbraucher sich also da zu verhalten? Das scheint sehr viele Leute zu interessieren und ich glaube, das liegt daran, dass dieses Auspacken so eine merkwürdige Zwischenwelt eigentlich ist. Denn wenn wir uns mal vorstellen, was passiert eigentlich bei einem Kauf? Wir haben also einen Tauschwert, das ist der Preis am Markt, der verlangt wird für eine Ware, nehmen wir ein Buch beispielsweise und dann gibt es auch noch den Gebrauchswert, das ist also der Wert, den das gutes Stück für uns hat, für was wir es gebrauchen können. Also man kann ja auch ein Buch kaufen, um damit einen schönen Türstopper zu haben und auch das ist ein Gebrauchswert. Andere kaufen ein Buch vielleicht, um es zu lesen und Freude daran zu haben, Erkenntnisse zu haben und wir sind, wenn wir etwas auspacken, haben wir es schon gekauft, ja, es ist also dann schon der Sphäre des Marktes entzogen und zugleich aber ist es noch nicht überführt zu der Funktion des Gebrauchswerts, sondern es ist einfach nur, dass der Zwischenraum zwischen Tauschwert und Gebrauchswert und in diesem Zwischenraum befinden wir uns und da ist diese Vorfreude, was wird wohl sein, wenn wir es gleich dem Gebrauch überführen und oftmals ist es ja dann auch so gerade bei den Waren, die die Influencer so auspacken, dass sobald der Tauschwert einmal gezahlt ist, das Auspacken vollzogen ist, wir es eigentlich schon fast wieder mit Müll zu tun haben, den wir sofort wegwerfen können, worauf unsere Wirtschaft ja auch in ganz erheblichem Maße basiert und deswegen glaube ich, ist dieses Genre so interessant, weil wir da so dazwischen sind. Manchmal wird ja dann noch kurz getestet, was kann das Produkt, aber eigentlich geht es mehr um diesen Moment, den man dort hat, zurückkatapultiert in die Kindheit, aber sicherlich überhaupt dieses Schwebende des Zwischenraums uns noch einmal gibt, auch wenn wir es nur betrachten und selbst nicht erleben. Sie benutzen in dem Video Formulierungen wie echter YouTuber und wie es sich für einen YouTuber gehört. Das hat für mich eine abwertende Konnotation dem Begriff des YouTubers gegenüber. Wie würden Sie sich selbst beschreiben? Nein, nein, ich sehe mich als YouTuber, also ich denke da an gewisse YouTuber, also YouTube ist ja nicht gleich YouTube, man muss ja sagen, YouTube ist ja erstmal eine Plattform, auf der man alles mögliche hochladen kann, also gar nicht sowas, was wir hier machen, Interviews nur oder Vorträge, sondern alles mögliche, was in Video oder nur Audio Formen, YouTube ist ja auch eine Podcast Plattform, wenn man so möchte, alles was man da hochladen kann, kann man da hochladen und deswegen ist der Begriff YouTuber selbstverständlich ein ziemlich schwammiger, ja, das ist ganz klar zu sagen und dennoch wissen wir, wenn wir YouTuber sagen, in etwa, wer damit gemeint ist, während sich bei dem Medium Fernsehen ja nicht der Begriff Fernsehler breit gemacht hat, mit dem wir Menschen beschreiben können, die im Fernsehen sind, sondern wenn wir von den Menschen, die im Fernsehen sind, sprechen, dann reden wir davon, Moderatoren, Schauspielern, Kommentatoren, was auch immer, bei YouTube gibt es natürlich auch all das, aber wenn wir von YouTuber sprechen, meinen wir schon diejenigen, die in der Regel frontal zur Kamera sitzen und dort in direkter Ansprache für ihr Publikum irgendetwas machen, seien es unterhaltsame Themen präsentieren oder Wissen vermitteln und insofern bin ich ganz klar ein YouTuber, der aber ein bisschen ästhetisch wie inhaltlich aus dem Rahmen fällt, wie was man sonst so als YouTuber begreift, also ich bin mir sicher, wenn man jetzt eine dieser Bildgenerierungs KIs beauftragen würde, einen YouTuber zu zeigen, ja, ein Bild zu generieren eines YouTubers, dann würde sicherlich nicht so eine Person wie ich dabei herauskommen. Gut möglich, vielleicht würde so eine Person herauskommen, wie sie Jan Böhmermann manchmal persifliert, wenn er sich als Streamer präsentiert. Ja, aber das ist wieder was anders, das sind ja die Twitch-Streamer, das funktioniert schon sehr anders, es stimmt, es sind zwar für mich unverständlicherweise rübergegangen zu Twitch und streamen dort jetzt Tag aus, Tag ein über viele Stunden und mampfen Pizza und trinken Eistee und spielen ein bisschen und reden dann mit dem Chat, aber was YouTube ja eigentlich meint ist, eine Form von Tagebuch, also vom Vlog spricht man, sprach man damals auch, ein gewisses Tagebuch zeigen, also einen Einblick aus der Welt oder aus den Gedanken eingeben, die einen so den Tag über befassen oder YouTube meint, dass man gewisse Themen präsentiert, Geschichtsthemen oder dann bei mir ist es der Film, aber was bei Twitch ist es etwas völlig anderes, deshalb, weil es hier nicht mehr darum geht, etwas Fertiges zu präsentieren und es vorher gedreht zu haben und dann hochzuladen, sondern bei Twitch geht es um die Liveness, also darum, dass man live im Chat dabei ist und dann auch möglicherweise interagieren kann oder die Personen, die bei Twitch ist, reagiert auf Kommentare oder auf Donations und ja, das wird dann auch oft hinterher mit so einem Supercut verwandelt und wieder bei YouTube hochgeladen, aber es sind doch sehr unterschiedliche Bereiche und es ist auch dort eine gedehnte Zeit, also das ist ja auch, wenn man sich das ansieht von Rezo oder Julian Bam oder so mit diesen Leuten, die jetzt auch alle bei Twitch rumgeistern, dann ist ja doch festzustellen, dass die eigentlich vorher Videos machten, die sehr verdichtet waren, die mit vielen Schnitten operiert haben, die also versuchten, etwas Unterhaltsames in der Form zu präsentieren, dass es eng getaktet sein muss, dass den Menschen nicht langweilig wird, das ist ja das, was bei YouTube auch so wichtig ist, grelle Thumbnails, viele Schnitte, also all das, was ich nicht mache und nun zerdehnen diese Leute eigentlich ihre Zeit und die Zeit ihrer Follower, indem sie mit denen ganze Abende, ganze Tage vor Twitch verbringen und es dort aber nicht mehr das Ereignis gibt, also bei YouTube war es da doch interessant zu erleben, dass man zumindest in den Thumbnails und in den Titeln immer versuchte, das Ereignis groß zu halten, auch wenn es nicht der Fall war, ja, also es gab Videos von Influencern, Bibi und Co., die so übertitelt waren, warum ich einen Nervenzusammenbruch hatte und die Wahrheit hinter diesem Titel ist, dass ich eine Spinne oder eine Grille in die Küche verirrt hatte und dass man kurz darüber erschrocken war und das wird aber dann so hoch gejazzed, dass man noch ein Ereignis präsentieren kann, also mit anderen Worten wie Boulevardmedien funktionieren, Schlagzeilen, Trash, Laut, Grell, während wir jetzt bei Twitch etwas anderes erleben, nämlich die völlige Ereignislosigkeit, es geht nur noch darum, bei sehr vielen Twitch-Streamern zumindest, dass man so miteinander einfach so da ist und die Zeit verbringt oder ich würde mich aus dem Fenster wagen und sagen, sie totschlägt. Und wenn wir das nochmal kombinieren, diese Entwicklung mit dem, was wir in der Gaming-Branche sehen können, dann gibt es da doch erstaunliche Parallelitäten, denn es ist ja so, dass gerade diese Simulatoren, LKW-Simulatoren, Landwirtschaftssimulatoren enorm beliebt sind. Ich war kürzlich auf der Gamescom und konnte das dort sehen und war ganz erstaunt, dass da hunderte Leute vor LKW und Traktorsimulatoren stehen und ganz begeistert sind und auch dort ist es eigentlich eine große Ereignislosigkeit. Ja, man fährt von A nach B, man mäht eine Wiese, was auch immer und das reicht aber. Möglicherweise ist das so diese Phase, in der man sich befindet nicht im Sinne einer Altersphase, dass man sagt, jetzt reicht es mir, jetzt nur noch die ruhigen Dinge, so wie irgendwann Leute sich entscheiden, nur noch die dritten Programme zu gucken, sondern ich glaube, dass beides nebeneinander hergeht. Also zum einen verbringt man zwei Stunden bei TikTok und guckt die ganze Zeit 15 sekündige Videos, in denen Leute entweder diese NPCs nachmachen und nur yummy, yummy, yummy in die Kamera schreien oder tanzen oder singen oder sonst irgendwas und wenn man dann völlig gestresst und durch eigentlich ist mit den Nerven, geht man zur Entspannung, zu Twitch und ruht sich dort aus und guckt einfach zu, wie Leute in ihrem Man Cave sitzen und dort Pizza essen. Sie meinen also, dass das so eine Art Kontrastprogramm ist, so der Reizüberflutung, die beispielsweise durch TikTok und andere Medien passiert, diesen Eskapismus quasi zu nutzen, um wieder runter zu kommen. Möglicherweise, ja. Etwas, was vielleicht kein wirklicher Eskapismus ist, auch wenn ich das persönlich manchmal als solchen nutze, weil ich den oft vor dem Einschlafen noch höre, was keine Auskunft über den Inhalt gibt, aber das ist der Kanal Wohlstand für alle. Da sagten sie neulich, dass sie jetzt Teile davon hinter die Paywall setzen müssen, weil wohl Ulle Nümern meinte, dass 50% der Spenden zurückgegangen sind. Wissen Sie, woran das liegt, womit es zusammenhängt? Nun, wir haben ja eine Krise, wir haben eine Rezession und wenn es gut läuft wirtschaftlich, wenn Menschen ganz gut Geld verdienen, dann sind sie bereit, auch mal größere Spenden zu machen oder überhaupt was zu geben. Man kennt das ja von sich selbst, wenn man die Spendierhosen anhat, dann ist das ja meistens sind Fällen, in denen es relativ gut geht. Und dies ist nun weniger der Fall aufgrund der wirtschaftlichen Lage und zugleich glaube ich ist es auch so, dass die Gratiskultur zum einen sehr verbreitet ist, beziehungsweise der Anreiz etwas zu unterstützen, wo nicht irgendwas noch irgendein Benefit daraus hergeleitet werden kann, dass man irgendetwas zusätzliches bekommt. Das scheint nicht so verbreitet zu sein und das ist auch absolut verständlich, denn wir haben so viele Inhalte und denen sind wir die ganze Zeit ausgesetzt und es ist auch immer ein Aufwand, auch selbst eine PayPal Überweisung ist ein gewisser Aufwand, der getätigt werden muss und zugleich aber sind Leute auch immer mehr bereit für Paywall Inhalte zu zahlen, das ist definitiv so, wenn sie in irgendeiner Weise dadurch auch an zusätzliche Inhalte herankommen und deswegen haben wir uns entschieden auf Steady und Patreon das anzubieten, also Paywall Inhalte anzubieten, das heißt die regulären Folgen, die wir machen, die immer mittwochs kommen, zu Wirtschaftsthemen, die bleiben frei und einmal im Monat gibt es dann eine Folge über Literatur und Ökonomie, die es jetzt vor der Paywall gab, die wanderte hinter die Paywall und außerdem gibt es dann eine Speak Easy Bar, nennen wir das also ein großes Q&A, bei dem wir immer die Fragen aus dem Publikum beantworten, vielleicht auch ein bisschen ins Diskutieren kommen, da wir ja nicht unisono über alle Themen sprechen, sondern durchaus da unterschiedlicher Ansicht sind und wir also ich mache das ja schon länger mit einer Paywall bei den neuen 20ern, bei einem anderen Podcast mit Stefan Schulz zusammen, wo wir auch einen Zusatzinhalt anbieten, nämlich den Salon, in dem wir dann jeden Monat über die wichtigsten Texte und Bücher ausführlich sprechen und ich glaube, dass das für viele Leute interessant ist und es sind Preise, da reden wir von drei Euro, die die meisten Leute bereit sind auch zu zahlen, beziehungsweise die den anderen, denen das reicht, die jetzt nicht diese zusätzlichen Inhalte wollen, die werden das auch nicht zahlen, aber das macht ja gar nichts, sondern es geht ja eher darum, dass genügend zusammenkommt, dass man ein solches Projekt umsetzen kann, aber private, also freiwillige Unterstützung ist ganz schwierig, auch wenn man ein relativ großes Publikum hat, also man kann davon von einer einständigen Zahl von Prozenten ausgehen von einer Hörerschaft, die einen dann unterstützt, also das ist nicht so, wenn man 50.000 Hörer hat, dass 45.000 hin und wieder was spenden, keineswegs. Ja, in dem Vorwort zu ihrem Buch, und das hängt trotzdem noch mit Wohlstand für alle zusammen, wird gesagt, Schmidt echauffiert sich großartig bei bizarren Phänomen der Branche wie den abstrusen Amazonen Verpflichtungsregeln und das steht in einem Buch, welches vornehmlich über Amazon vertrieben wird, die Kommentare in ihrer Buchankündigung sind, ich würde sagen, vielleicht so 20% wird die Frage aufgestellt, warum sie den Vertriebskanal Amazon gewählt haben. Weil es keine andere Möglichkeit gibt, das ist die einfache Antwort, das ist ein kleiner Verlag, der ein relativ hohes Risiko eingegangen ist, deshalb, weil er natürlich dieses Buch designen muss, es gibt natürlich auch eine Lektorin, die bezahlt werden musste, die diese 720 Seiten dann gründlich korrigieren muss, auf Fehler lesen muss, also das heißt, der Verlag hat Geld ausgegeben und wenn er jetzt nicht über Amazon, also über ein On-Demand Verfahren gehen würde, würde es ja bedeuten, dass der Verlag jetzt Bücher drucken müsste, ohne genau zu wissen, wie viele werden denn eigentlich gebraucht, also klar ist, das ist ja nicht ein Buch, das sich zehntausend Mal verkauft, aber wenn man nachher auf ein paar hundert Büchern sitzen bleibt, dann ist das für so einen Verlag eine Katastrophe, zumal der Verlag ja vorwiegend englischsprachige Bücher herausgibt und nun kann man sich denken, dass es für diese englischsprachigen Bücher im deutschen Markt so gut wie kein Publikum gibt oder nur ein kleines Publikum, das heißt dieser Verlag und ich bin da die Ausnahme mit meinem deutschen Buch macht seinen Umsatz vor allem im Ausland, in Australien, Japan, USA und nun ist es ja so, dass ein kleiner Verlag aus Düsseldorf keine Chance hat, in den amerikanischen Buchhandlungen vertreten zu sein, wie denn auch, es gibt ja kein Vertriebssystem für solche Independent Verlage und Amazon macht es aber möglich, dass man dieses Buch weltweit kaufen kann, also auch mein Buch, ich habe jetzt von meinem Verleger heute eine Nachricht bekommen, dass er drei Exemplare wohl in den USA verkauft hat von diesem Buch, gut, dort leben auch Leute, die Deutsch können, aber in der Regel ist das völlig anders, also da ist es so, dass in Deutschland sehr viel weniger verkauft wird und dann die Leute, weil es sind ja vor allem Nischenthemen, die der Verlag anspricht, dass Leute das im Ausland kaufen. Amazon stellt nun diese unglaubliche Book On Demand Innovation zur Verfügung und es ist alternativlos, weil es keine Alternative zu diesem On Demand Verfahren gibt und manche suggerieren auch in Kommentaren, es wäre ja ein leichtes gewesen, andere Verlage zu finden, dem ist nicht so, also ich habe ja auch schon mit Verlagen zusammengearbeitet und habe auch schon mit anderen Verlagen gesprochen und so weiter, es ist keineswegs so, dass man glaubt, nur weil da jemand 100.000 Abonnenten hat bei YouTube, dass dann die Verlage Tür und Tor für einen öffnen, im ganzen Gegenteil, die interessieren sich meistens gar nicht dafür und dies ist ja ein sehr spezielles Buch, das ist ja nichts, was sich jetzt zum Beispiel auch Surkamp anbieten könnte, weil die ja gar nicht solche Art Filmbücher herausgeben und so war das die einzige Möglichkeit, dass dieses Buch überhaupt gedruckt werden kann und ja, jetzt kann man sagen, Amazon hat all seine Probleme, die müssen wir jetzt hier nicht alle aufzählen, die sind uns ja weithin bekannt, zugleich aber bin ich bei YouTube, bei dem Unternehmen Alphabet, das jetzt auch nicht wie in Tante-Emma-Laden geführt wird, zugleich sind meine Podcasts auch zu hören bei Spotify, dahinter steckt Daniel Eck, der sehr gern in Aufrüstung investiert, von meinen Präsenzen auf Twitter, also bei Elon Musk und Facebook, Instagram, bei Mark Zuckerberg, brauchen wir gar nicht zu sprechen. Mit anderen Worten, wir sehen hier selbstverständlich eine von Konzernen vermachtete Welt, da können wir uns nicht daraus lösen, auch wir greifen auf diese Infrastruktur gerade zurück, die die Digitalkonzerne uns anbieten, so können wir miteinander sprechen, also wer glaubt, dass er dort als Don Quixote gegen diese Macht kämpfen kann, viel Glück dabei, ich kann aber auch sagen und das werden die meisten gar nicht gern hören wollen, dass Amazon sicherlich problematisch ist und sich problematisch verhält gegenüber zum Beispiel einigen Verlagen, andererseits aber habe ich durch Amazon schon unglaublich viele Bücher entdeckt und um das ganz offen zu sagen, die meisten Bücher, die ich kaufe, kaufe ich in der örtlichen Buchhandlung, was so aussieht, dass ich anrufe, dieses Buch bestelle und am nächsten Tag abhole, ich mache das aus einer gewissen Nostalgie und so weiter heraus, es ist ein bisschen merkwürdig, denn konsequenterweise könnte ich es auch dann gleich bei Amazon bestellen, aber Tatsache ist, dass ich in ganz Rheinland-Pfalz und das gibt für viele, viele andere Städte auch, wenn wir mal die paar großen Uni-Städte rausnehmen, nicht in eine Buchhandlung gehen kann und dort etwas finde, ich kann diese Bücher, die mich interessieren, dort nicht irgendwo ausliegend sehen, ich würde behaupten, wenn ich jetzt hier in Koblenz losziehe und ein Buch von Jürgen Habermas oder Niklas Luhmann kaufen will, ich überhaupt keine Chance habe, das zu kaufen, ich muss es also bestellen und meistens gucke ich bei Amazon nach, was ist es, wo gibt es, was kostet und dann letztendlich ist. Bei Amazon durch das Empfehlungssystem, durch das könnte Ihnen auch gefallen, habe ich schon sehr, sehr viele Bücher, im Übrigen aus sehr kleinen, randständigen und auch ausländischen Verlagen entdeckt und bin darauf erst, bin dadurch erst darauf gestoßen. Ich weiß, dass man auch anders Literaturrecherchen machen kann, ich sage nur also das, was eigentlich eine Buchhandlung mir geben sollte, ah, Sie interessieren sich dafür, dies wäre auch noch für Sie gut, kann eine Buchhandlung mir gar nicht mehr geben, beziehungsweise die Fülle an Publikationen ist so groß, dass eine örtliche Buchhandlung da nicht mithalten kann. Ich sage aber auch, sehr viele Buchhandlungen haben gar kein Interesse daran, wir haben eine merkwürdige Verklärung. Ja, ich würde sagen, es gibt 5% des regionalen Buchhandels in Deutschland, der wirklich daran interessiert ist, große Literatur, wichtige Theorien zu verkaufen und diese auch entsprechend zu präsentieren. Aber bei den anderen, da steht doch auch dieser ganze Kram, der über alles irgendwie 17 Bücher an der Kasse von Kurt Krömer, 50 von Sophie Passmann, 100 von Stuckrad Barre und irgendwelche Moderatoren, die auch noch mal ihre Lebensbeichte aufgeschrieben haben und mit anderen Worten, das meiste, was man in Buchhandlungen örtlichen finden kann, ist Schund. Ich kann da sowieso nichts auf. Mein Buch, also das ist jetzt hier die Filmanalyse, bei den Influencern war das anders, weil das sehr erfolgreich war und über Sookam vertrieben wurde, aber hier dieses Special Interest Buch, für das ich Filmliebhaber, von dem es nicht so viele in Deutschland gibt, entscheiden es zu kaufen. Niemals in einer Buchhandlung finden, möglicherweise in den 10, 20 Buchhandlungen, die es in Deutschland gibt, die einen großen Filmbereich haben, wo solche Special Interest Bücher liegen. Es könnte sein, aber sonst hat man überhaupt keine Chance, damit in die Buchhandlung zu kommen. Ich nehme es den Buchhandlungen auch gar nicht übel, die kämpfen auf, wir überleben, aber wir sollten bitte mal aufhören, diese merkwürdigen Verklärungen beim Buchhandel vorzunehmen und ich würde auch mich fragen, bei denen, die sich da alle empören, habt ihr also alle keinen Amazon Account? Also es gibt da ja Zahlen, wie viele Amazon Konten in Deutschland so sind und auch wie viele Prime Abonnenten es in Deutschland gibt und da würde ich sagen, da bin ich doch sehr erstaunt, dass man auf so viele Amazon Gegner kommt. Mir kommt es ein bisschen vor, wie mit den Schallplatten von Heino. Heino hat ja 50 Millionen Platten verkauft, aber kein einziger Deutscher hat eine besessen. Frag mich, was da los ist. Ihr Buch scheint ja trotzdem erfolgreich zu werden im Rahmen seiner Möglichkeiten. Es steht zum Zeitpunkt der Aufnahme auf Platz 1 in der Kategorie Filmtheorie. Ich glaube zwar, dass man nicht so sehr viel verkaufen muss, um in die Säumie schicken. Das glaube ich auch nicht. Also das täuscht sehr. Also ja, ich freue mich, dass es gut anläuft und ich habe auch schon viele Nachrichten bekommen. Und es ist ja ein Buch, das sich auch sehr stark an Zuschauer richtet. und es gab auch immer wieder mal Wünsche, warum ich nicht irgendwelche Merch-Artikel herausgebe. Aber ich fand das immer komisch, ich möchte nicht mein Konterfeier auf einer Tasse haben oder auf einem T-Shirt, weil ich auch keine T-Shirts trage. Und jetzt irgendwie einfach was zu machen, womit man Geld verdienen kann und wo ein Logo oder ein Gesicht drauf ist oder ein Name, das ist nicht das, was mir liegt. Und da finde ich, da gibt es eh schon so viel Zeug, soll man da jetzt auch natürlich auch etwas, dass manche Leute gerne was zum Anfassen hätten, wo ja auch alles so digital geworden ist. Und deswegen ist das Buch in dem Sinne erfolgreich, ja, dass es die richtigen Leute erreicht und möglicherweise wird es auch noch ein paar mehr erreichen oder möglicherweise kommen auch manche durch das Buch erst auf die Filmanalyse und ihnen ist YouTube fremd, sie lesen es viel lieber jetzt, das kann durchaus sein, aber klar, der Filmbuch Markt ist ein unglaublich kleiner in Deutschland, also man muss ja nur mal in größere Buchhandlungen in mittelgroßen Städten gehen und da mal nach einer Filmabteilung fragen, da wird man in der Regel keine finden und wenn man eine findet, dann ist das oft der Bildband mit Marilyn Monroe oder Ingrid Bergmann nichts dagegen, aber Filmtheorie ist ja ganz, ganz begrenzt da, das ist sicherlich in anderen Ländern etwas anders, also da sind das auch keine Bestseller unbedingt, aber die Auseinandersetzung mit Filmen auf theoretischer Ebene ist nicht rein abgeschoben ins Akademische, also es gibt schon ganz gute Bücher zu großen Regisseuren und Filmen oder solche Compendien, Sammelbände zu einem einzigen Film in französischer oder englischer Sprache und die verkaufen sich dann auch gut, ja. Sie sind sogar zweimal vertreten bei Filmtheorie in der Bestsellerliste, einmal auf Platz 1 mit der Filmanalyse Kino anders gedacht und mit Filmen sehen lernen, das ist auf Rang 4 zum Zeitpunkt der Aufnahme und das ist interessant, weil das Buch ist ja noch gar nicht erschienen, das bedeutet, es hat Rang 4 erreicht. Nee, es ist ja noch gar nicht fertig geschrieben, das ist wirklich toll, so kann man Bestseller machen. Nein, das ist ein Buch, das erscheinen wird, aber wahrscheinlich nicht so bald, da ich noch ein anderes Buchprojekt vorziehe, da kann ich noch nicht sagen, was das ist, also ich kann sagen, dass ich mit Ole zusammen dieses Projekt realisieren werde und wir sind sehr eifrig schon dabei, also es ist nicht nur ein Vorhaben, sondern die Hälfte ist verfasst und da geht es und das Muster aber vorgezogen werden aus verschiedenen Gründen und das andere Buch kommt aber auch noch irgendwann, also auch dazu ist schon gearbeitet worden, aber man kann nicht alles gleichzeitig machen, auch wenn ich das manchmal mir so wünsche. Ja, es ist aktuell datiert bei Amazon auf das Jahr 2024, das ist ja ein recht weiter Begriff. Ja, dann wollen wir mal sehen, also erstmal das eine und das und ja, ich also ich arbeite dran. Okay, ja, Sie haben ja schon einige Vorbestellungen, das wird ja sicherlich einen gewissen Druck vielleicht sogar ausüben. Sie haben ja tatsächlich eine Frage vorweggenommen, ich wollte nämlich fragen, ob noch mit einem weiteren Buch von Ihnen und Ole Nümern zu rechnen ist, das freut mich natürlich. das haben wir fest vor und wir haben glaube ich eine tolle Idee, es wird was ganz anderes als das Influencer Buch und ja, wir freuen uns sehr darauf und vielleicht noch ein Wort zu dem Thema Bücher, weil das Menschen, die außerhalb der Buchindustrie stehen, nicht wissen, aber doch vielleicht interessieren könnte, Autoren bekommen ja sehr wenig von den Büchern ab, also das, viele wissen das gar nicht und denken immer so, wow, Bestseller, also Bestseller heißt erstmal gar nicht viel, also Bestseller, auf eine Bestsellerliste zu kommen, auf die Spiegel-Bestsellerliste, diese Top 20, das kann man durchaus schaffen, wenn man 2000, 2500 Bücher in einer Woche verkauft hat, das ist schon eine hohe Stückzahl, aber das ist jetzt noch nicht der Punkt, an dem man sagt, ich kaufe mir mal ein neues Auto, mein Buch ist so erfolgreich, ja, so, was wird denn eigentlich so gezahlt von Verlagen, da kann man einfach sagen, roundabout 10%, das heißt, wenn ein Buch 22 Euro kostet, dann gehen da ja eh noch Mehrwertsteuer ab, da kommt man natürlich keinen prozentualen Anteil, wenn der ab ist und dann bekommt man 10% und der Rest liegt beim Verlag und Buchrande, das heißt, das Bücherschreiben ist nicht so sonderlich lukrativ, außer natürlich für Autoren, die eine Riesenauflage machen oder es gibt ja schon dieses Vorschusssystem in Deutschland und da ist man mitunter erstaunt immer, wer so alles sehr hohe Vorschüsse bekommt und die aber eigentlich nie einspielt, das ist dann oft, hängt das damit zusammen, dass diese Leute gute Agenturen haben, das sind ja, ich sage immer, kartellartige Strukturen, in denen ich aber nicht drin bin. Okay, ja, sprechen wir noch ein bisschen weiter über Ihr Buch, ich fand manche Dinge, ich weiß nicht, ob die witzig gemeint sind, aber ich musste dann kurz schmunzeln, was die Anordnung angeht, zum Beispiel, es beginnt ja, also nach dem Vorwort und der Overtüre und so weiter, beginnen ja die Filmanalysen mit dem deutschen Film, ach, der deutsche Film ist und bleibt ein Ärgernis und es ist sehr differenziert, also sie besprechen ja sowohl negative als auch positive Beispiele und schließen ja auch mit Roter Himmel dann sehr versöhnlich, aber Roter Himmel kommt direkt nach Liebesdings, das ist ja eine interessante Kombination, vielleicht bevor Sie antworten, mir ist noch eine Kombination aufgefallen, genau, und zwar, wo Ihre Essays sind, da haben Sie ja einmal das Video quasi zu Papier gebracht, warum Sie keine Fernsehserien mögen und danach kommt dann das zu Squid Game, was ja eine Serie ist. Ganz richtig. Wie war so die Herangehensweise, das zu mischen? Nun, bei Liebesdings und Roter Himmel sieht man natürlich, dass der Kontrast nicht größer sein könnte, aber gerade das zeigt ja noch mal so in Kürze die Bandbreite des deutschen Films oder sagen wir Liebesdings ist ein Ausdruck dessen, wie der Film der Deutsche meistens ist und Roter Himmel lässt aufblitzen, wie er eigentlich sein könnte, aber dann meistens nur in Ausnahme mal geschieht. Bei den Serien ist es so, dass ich an dem, was ich dort sage, nichts ändern würde, sonst hätte ich diesen Text auch nicht in das Buch reingenommen, also wenn ich sagen würde, ich stehe nicht mehr dazu, das ist mir peinlich oder was, dann hätte ich ja nicht gesagt, wir müssen es unbedingt noch mal abdrucken für die Ewigkeit, aber ich wollte schon zeigen, dass man sich mit Serien durchaus auch mal auseinandersetzen kann. Nun wollten wir nicht ein eigenes Serienkapitel, weil ich auch nicht sehr viele Serien besprochen habe und vieles auch schon wieder völlig aus dem Gedächtnis verschwunden ist. Ja, also bei Serien geht das nun wirklich sehr schnell. Squid Game war aber ein derart interessanter globaler Hype und handelte zugleich noch von einem Leib- und Markenthema, nämlich dem Kapitalismus, dass es doch sinnvoll war, dies mitzunehmen und das kann ja auch in diesem Kontrast bestehen und das ist ja keineswegs so, dass auch diese harsche Kritik von mir an Serien so absolut gesetzt ist, dass ich sagen würde, niemals schaue ich mir mal eine Serie an oder niemals kann es eine gute Serie geben. Es gibt ja gute Serien, aber die sind sehr, sehr rar gesät und dazu gehörte ja beispielsweise im Angesicht des Verbrechens von Dominik Raff, eine deutsche Serie, die damals mit sehr viel Aufwand produziert wurde für Arte und ARD, die aber vom Publikum nicht so angenommen wurde beziehungsweise ich glaube, das Problem war die Ausstrahlungszeit. Man hatte da die späten Abende, man hat ein junges Publikum auch adressieren wollen und hätte das auch geschafft, aber dieses junge Publikum versammelt sich eher nicht vor dem Fernseher. Da kommen verschiedene Dinge zusammen und oft ist es auch die Ignoranz des Publikums. Also wenn ich sehe, welche Serien laufend gehypt werden und wo dann alle völlig ausflippen und dann guckt man da selbst mal rein und läuft weg und kann es kaum aushalten, dann wundere ich mich schon sehr. Also das heißt auch und das ist das Traurige, oft wird die Schönheit nicht mehr erkannt. Ja, also es gibt so ein Stück von Peter Handke, da geht eine Figur nach vorne und sagt, seht ihr denn nicht mehr was Schönes und in gewisser Weise fühle ich mich da auch immer wieder als Anwalt der Schönheit, dass ich versuche klar zu machen, warum etwas besonders gut ist und das ist bei Roter Himmel dann schon auch so meine Mission. Ich weiß auch, dass das jetzt nicht meine erfolgreichste Analyse werden wird, weil der Film dafür zu klein ist und zu unspektakulär im Sinne von Social Media Hypes, aber es ist mir ein Anliegen, dann einen solchen Film nach vorne zu stellen und manchmal gelingt das aber auch dann gar nicht oder es ist ja oft so, dass Dinge übersehen werden und manchmal dann sehr viel später wiedererkannt werden. Also man kann gerade durch diese algorithmische Programmierung auf den Streaming-Plattformen, durch diese unglaublich schnelle Taktung in der Rezeption, jede Woche wird die Serie des Jahres ausgerufen. An all dem kann man natürlich erkennen, dass nur wenig davon bleiben wird, dass vieles sofort verschütt geht und interessanterweise die Leute, die diese Sachen gesehen haben, können sich ja selbst kaum noch erinnern daran, was dann da eigentlich war und was sich dann am Ende herauskristallisiert, was tatsächlich bleiben wird, das ist etwas, was man nicht immer antizipieren kann, aber man hat doch eine gewisse Ahnung und ich würde an dieser Stelle die Prognose wagen, dass wir in zehn Jahren in filmisch interessierten Kreisen immer noch viele Leute antreffen, die Roter Himmel kennen und schätzen oder Roter Himmel gerade kennenlernen, weil sie viel jünger sind und nun plötzlich mit diesem Film konfrontiert sind und diesen Film lieben werden, während von Liebesdings nun wirklich niemand mehr reden wird, sondern das wird irgendwo im Privatfernsehen dann vermutlich noch zu Unzeiten wieder und wieder zur Freude der Produzenten versendet, aber es wird nicht auf einen entsprechenden Nachhall treffen. Was auf Nachhall trifft, ist der letzte Film, den Sie quasi ausgewählt haben, also der ganz am Ende Ihres Buches kommt, nämlich Stalker. Das hat mich sehr gefreut, dass Sie die Kritik mit reingenommen haben. Sie haben ja insgesamt rund 650 Plädoyers oder Polemiken, Filmanalysen und so weiter, also umsetzbare Videos produziert und 120 haben es dann letztlich in das Buch geschafft. War das sehr schwierig, das auszuwählen? Also mussten Sie da auf, also ja, hat Ihnen das manchmal wehgetan, bestimmte Dinge nicht reinzunehmen? Ja, beziehungsweise was ein bisschen schmerzig war, war zu sehen, wie viel 120 Analysen dann in gedruckter Form sind. Wir hatten ja gedacht, wir machen ein Buch, das so etwa 450 Seiten lang ist und es stellte sich aber dann doch bald heraus, dass das sehr viel länger wird und dann war die Überlegung, ob man nochmal etwas kürzt, um einfach ein nicht so voluminöses Buch zu haben, denn die Papierpreise sind hoch und dann weiß man auch, dann steigt der Preis selbstverständlich erheblich an, wenn ein Buch plötzlich über 250 Seiten länger ist. Aber wir haben uns dann zum Glück doch dagegen entschieden, weil das wäre brutal geworden, jetzt alles Mögliche rauszusieben. Ja, man kann immer fragen, hätte dieser Scorsese-Film es nicht auch verdient hätte, ob der es nicht auch verdient hätte oder noch einer von Coppola, das ganz gewiss, aber da habe ich mich dann immer damit getröstet, dass das ja nicht das letzte Buch sein muss. Also möglicherweise kann man in ein paar Jahren nochmal so etwas machen und kann dann auch vielleicht noch ein paar, die man jetzt stiefmütterlich behandeln musste, wieder reinnehmen. Das nicht. Also mir ging es eher darum, dass dieses Buch auch so meine Arbeit aus den vergangenen zwölf Jahren widerspiegeln soll. und das kann keine Vollständigkeit in Anspruch nehmen, sonst hätte man alle Analysen in Buchformen packen müssen. Aber ich glaube, dass man einen guten Einblick bekommt und wenn ich jetzt daran denke, dass viele in meinem Publikum vielleicht Leute haben, denen sie das verschenken können, die jetzt nicht so bei YouTube sind oder vielleicht mal ein Video gucken, aber es ist doch nochmal so ein Manifesta, wenn man ein Buch geschenkt bekommt und die können sich mal einen Überblick verschaffen. Ach, so kann man auch über diesen berühmten Disney-Film oder diese gefeierte Komödie nachdenken. Dann ist damit ja schon viel gewonnen. Ja, ein Anlass, sich ihr Buch zu kaufen, das ist mein Lieblingskommentar unter dem Video, wo sie es angekündigt haben. Dann muss ich nicht mehr YouTube-Videos als Quelle für meine Masterarbeit angeben. Ja, prima. Sehr charmant, genau. Dominik Graf schreibt auch etwas, was mir an all ihren Analysen und Kritiken aufgefallen ist. Schmidts Plädoyers zum Guten oder Schlechten beginnen häufig direkt mit dem Urteil. Und wenn man da einmal darauf achtet, fällt das auf. Ihre ersten Sätze sind immer entweder sehr scharf in die eine oder halt in die andere Richtung. Ist das ein bewusster Vorgang oder hat sich das bei Ihnen quasi so mit der Zeit ergeben, dass Sie Ihre Analysen so aufbauen? Ja, das ist von Ihnen beiden gut beobachtet. Und ich kann sagen, es stimmt. Inwieweit ich das immer bewusst tue, weiß ich nicht. Ich habe mich aber schon für diese Klarheit einmal entschieden. Und es ist eine deutliche Abgrenzung zu dem, was vorwiegend in den Feuilletons der deutschen Zeitungen stattfindet. Dort nämlich liest man eine ganze Seite zu einem Film und weiß am Ende überhaupt nicht, ob er denn gut oder schlecht ist. Ich habe in schöner Sprache Deskription, Deskription, Deskription bekommen. Aber das Urteil bleibt dann sehr aus oder vielleicht wird etwas über die schauspielerische Leistung gesagt. Aber ist es denn tatsächlich ein guter Film? Das würde ich ja schon gern wissen, ohne dass man jetzt sagt, wir machen nur noch Daumen rauf, Daumen runter. Das ist erstaunlich. Also dort hat man diese so sehr assoziativ gestalteten, meandernden Texte, die sich vor einem Urteil drücken. Zugleich haben wir im Internet und auch sonst wo eine Kultur der Sternchen, der Daumen rauf und runter, Rotten Tomatoes und wie das alles heißt, wo dann statistisch erhoben wird, wie gut ein Film bewertet wurde. Das ist auch ein, sagen wir, Positivismus, der mir zuwiderläuft. Aber dass man sich ein Urteil zutraut, ist ja das eine, das andere ist, dass man damit aber zugleich das Publikum auch aktiviert, weil es sich dazu verhalten muss. Was? Das soll ein schlechter Film sein? Ich habe es anders empfunden. Und dann beginnt sofort eine Auseinandersetzung. Ich habe das eigentlich übernommen, wenn man so möchte, von Kritiken im englischsprachigen Raum, wo das sehr viel deutlicher artikuliert wird und oft auch in dem ersten Absatz, ob ein Film gut oder schlecht ist. Ich finde, man kann natürlich nicht anfangen und sagen, der Film ist uninteressant. Lassen Sie es einfach und dann redet man noch 20 Minuten weiter, weil dann fragt man sich auch, warum braucht man die Filmanalyse? Ich will eher sagen, der Film hat vielleicht cineastisch betrachtet nicht viel zu bieten, aber er kann für uns unter diesem oder jenem Gesichtspunkt interessant sein. Und diese Urteile sind sehr prägnant, das gebe ich zu, aber das ist auch Resultat einer längeren Überlegung. Das heißt, ich setze mir hier nicht einfach hin und überlege, was könnte ich wohl sagen, ich sage mal, der Film ist miserabel, sondern wenn ich sage, der Film ist miserabel, dann habe ich schon sehr lange darunter nachgedacht und im Zweifelsfall dann auch zwei Stunden unter diesem Film schon gelitten und dann reift ein solches Urteil heran. Also nur, weil es kurz und prägnant ist, heißt es nicht, dass es einfach so lapidar dahingesagt ist. Und ich wünsche mir eigentlich mehr von solcher Klarheit, wenn es nicht einfach nur bei einem Urteil, das bei uns gegenseitig um die Ohren hauen bleibt, sondern wenn man dann auf einen anderen Modus einschwenkt und dann beispielsweise anfängt, einen Film zu analysieren, seine Ideologie versucht zu thematisieren. Und dann wird auch dieses scharfe Urteil nicht abgemildert, sondern bekommt ein anderes Fundament. Und das ist ja am Ende ausschlaggebend. In dem Zusammenhang fällt mir Ihr Buch rücken ein. Haben Sie den eigentlich selbst geschrieben oder wurde der für Sie verfasst? Nee, der wurde verfasst. Das war der Verlag. Ja, weil der nämlich genau die gleiche Schärfe hat. Da werden ja, sage ich mal, hohe Geschütze aufgestellt. In dem gesagt wird, dass König der Löwen der schlechteste Disney-Film ist, dass der zweite Plate Runner besser ist als der erste und Forrest Gump ein schlechter Film und so weiter. Das ist sicherlich eine Provokation, die darauf abzielt, eine verkaufssteigernde Wirkung zu erzielen, könnte ich mir vorstellen. Aber sie wird ja auch eingelöst. Deckt sich mit den Analysen, würde ich sagen. Ja. Ansonsten gab es ja noch die Frage, ob Sie das Buch als Hörbuch noch einsprechen und vermarkten. Manchen wird aufgefallen sein, dass ich einen YouTube-Kanal betreibe, auf dem ich diese Analysen spreche. Dies jetzt noch mal einlesen. Also diesen Mehrwert erkenne ich nicht so ganz. Das ging mir auch durch den Kopf, zumal sie ja nicht nur die, die, also man könnte jetzt einwerfen, ja gut, das ist ja jetzt ein visuelles Medium YouTube, das muss ich erst öffnen, aber sie veröffentlichen die ja auch noch auf einem eigenen Podcast. Man kann es auch nur als Podcast hören. Man kann auch bei YouTube die Augen zumachen. Auch das ist möglich. Ich denke, allzu viel Redundanz muss es ja auch da nicht geben. Ja, ich höre da ein Nein heraus. Also Sie werden das nicht als... Nein, auf keinen Fall. Und ich nehme mir auch mal an, ich komme mir vor wie ein Papagei dann, wenn ich einfach noch mal das sage, was ich schon gesagt habe. Nur noch mal, ich könnte es ja anders betonen oder so. Es würde dann, glaube ich, auch so seine Mündlichkeit verlieren, die Sie ja eigentlich in dem Buch ganz am Anfang belenden. Ja, ich müsste dann beim Lesen eine Mündlichkeit imitieren, die nicht da ist. Das, also das kann man machen. Das geht, aber das erachte ich als nicht so sinnvoll an. Sie haben ja auch einen zweiten YouTube-Kanal, englischsprachig. Wäre es da naheliegend, auch das Buch in englischer Sprache zu präsentieren oder ist da das Publikum doch viel zu klein? Das Publikum ist jetzt noch viel zu klein. Ich hoffe selbstverständlich, dass sich das einmal ändern wird und dann kann man über alles nachdenken. Aber jetzt ist es so, dass ich versuche, auch im englischsprachigen Markt wahrgenommen zu werden. Denn die meisten Filme, die ich bespreche, sind ja international, sind bekannt. Wenn man mal von den deutschen Ausrutschern abzieht, dann sind das ja Filme, die man kennt und über die man spricht. Insofern war das für mich schon ein logischer Schritt, das zu tun. Ich hätte das sogar früher tun sollen, glaube ich. Und es ist aber ein sehr zäher Prozess, da im englischsprachigen YouTube selbstverständlich so viel da ist. Und man muss ja erst einmal gefunden werden. Ich kenne ja diesen zähen Prozess noch aus den deutschen Anfangstagen. Da war es ja auch nicht so, dass man ein Video veröffentlicht hat und gleich hatte man tausend Klicks, sondern das hat sich sehr, sehr allmählich dann entwickelt. Möglicherweise muss ich auch noch mal schauen, was ich im Englischen tun kann. Ich müsste vielleicht mal Kontakte herstellen zu englischsprachigen YouTubern, Podcastern, dass ich da auch mal eingeladen werde in Debatten oder so etwas. Ich bin dafür relativ viel offen. Ich habe jetzt ein bisschen mehr Zeit bald wieder. Also klar, ich habe diese Buchprojekte, aber ich will eigentlich mehr in den englischsprachigen Bereich noch gehen und schaue mal, was sich da so ergibt. Denn eigentlich habe ich große Lust und der deutschsprachige Raum ist ja gar nicht so groß. Und es ist gar nicht so groß, wenn man bedenkt, wie wenig Leute sich für Filme interessieren. Das ist ja nicht etwas, was ein Millionenpublikum erreicht. Und es ist ja auch bemerkenswert nach wie vor, dass wir im deutschen Fernsehen keine Filmkritik-Sendung haben. Es gab wenigstens das literarische Quartett, in dem vier Menschen gestritten haben über Literatur, über vier, fünf Neuerscheinungen im Monat. Beim Film gibt es das nicht, obwohl der Film ja doch noch wesentlich mehr Menschen erreicht als die Literatur. Also wenn wir mal sehen, wie viele Leute sehen sich einen neuen Batman oder Oppenheimer Barbie, mal ganz zu schweigen, aber auch ein Liebesdings an. Und vergleichen wir das mal mit den erfolgreichsten Büchern, die wir in Deutschland so im Jahr haben, dann ist der Film ja sehr viel erfolgreicher. Und dennoch gibt es keine Sendung, die das aufgreift. Das Einzige, was es an Filmberichterstattungen in Deutschland gibt, ist, dass man irgendwelche Regisseure und Schauspieler in einem Luxushotel trifft und sie dort fünf Minuten zu dem Film interviewen kann. Und sie werden jedes Mal betonen, dass die Zusammenarbeit mit Kollege XY amazing war. Und das ist die Berichterstattung, die wir haben. Und dann gibt es noch so einen sauer-töpfisch klingenden Off-Kommentator, der sagt, ein wichtiger Film, gerade in Zeiten von. Und dann kommt Klimawandel, MeToo oder irgendwas wird dann aufgezählt. Und das ist die Filmberichterstattung im deutschen Fernsehen. Und das ist sehr traurig. Und insofern ist vielleicht das nicht deutschsprachige Publikum eines, das sich möglicherweise noch mehr für die Filmanalyse interessieren könnte, weil es doch in einigen Ländern eine andere Kultur der Auseinandersetzung gab. Also da gab es ja dann Roger Ebert mit seinem Kollegen, der eine regelmäßige Show hatte. Oder auch Pauline Kehl hat einen ganz anderen Kritikerstatus gehabt als Filmkritiker, das in Deutschland hatten. Von Frankreich ganz zu schweigen und dieser besonderen Beziehung zwischen Regisseuren zu der Filmkritik und auch des Publikums zur Filmkritik. Das heißt, ich sehe eigentlich da einen sehr großen Markt. Und da wir nicht nur eine Internationalisierung erleben, die von Hollywood ausgeht, sondern eine globale. Und Streaming ist uns ermöglicht, dass wir zeitgleich alle dann beispielsweise Squid Game sehen können. Dass es nicht so ist, wie noch in den 70er Jahren, wo der Film in Amerika angelaufen ist und man wartet fünf Monate, bis er hier ist. Das gibt es mitunter auch noch, aber eher bei so Festivalfilmen, bei denen man dann 2020 die Filme sehen kann, die 2017 gewonnen haben oder so. Aber wenn man das einmal bedenkt, dann schreit das eigentlich danach, mehr in diese Richtung auch zu gehen und ja, mal sehen, was sich da entwickelt. Da bin ich tatsächlich für sehr viel offen. Ja, im Fernsehen findet so etwas tatsächlich nicht statt, aber ich habe vor zwei Tagen ein interessantes filmisches Quartett gesehen, was eigentlich genau das erfüllt, was sie sich wünschen. Und zwar war das Kino Plus, das dürfte Ihnen sehr bekannt vorkommen, da waren Sie nämlich auch, was sehr interessant war, wo Sie ja die aktuellen Filme unter anderem ja auch den gerade angesprochenen Barbie besprechen und andere Filme. Genau, da gibt es das. Das ist eine Sendung, in der noch jede Woche anderthalb Stunden über Filme gesprochen wird. Und das ist solitär. Das ist, was eigentlich so nahe liegt. Denn es ist ja doch bei den meisten Menschen ein Bedürfnis nach Austausch auch da. Also, dass man ins Gespräch kommt über das, was man gesehen hat oder einem Gespräch zuhört und daraufhin entscheidet sich, etwas anzusehen oder es sein zu lassen. Und das funktioniert ja da auch ganz wunderbar. Und dass das vom Fernsehen nicht aufgegriffen wird, ist ja ein Versäumnis, an dem wir aber auch nichts ändern können. Also, ich habe da weder Ambitionen noch Illusionen, was das anbelangt. Also, meine Erfahrungen mit dem Fernsehen sind, naja, durchwachsen. Also, da arbeiten auch nette Leute, die habe ich auch kennengelernt. Aber wenn man sieht, welche Entscheidungen getroffen werden und welche Formate dort stattfinden, das ist ja eigentlich ein Armutszeugnis. Ja, ich glaube, das ist halt so ein Problem, was sich selbst in den Hintern beißt. Und zwar, dass ja die Leute, die Fernsehen gucken, Fernsehen gucken und eben nicht die anderen Dinge schauen. Und dass das dann quasi das bedingt, dass das, was Sie und ich jetzt vielleicht als interessant empfinden würden, halt da nicht kommt, weil es das Publikum gar nicht hat. Weil wir ja nicht diese typischen Fernsehschauer sind. Also, ich schätze jetzt nicht so ein, dass Sie beispielsweise GZSZ oder solche Dinge halt verfolgen. Nein, das verfolge ich selbstverständlich nicht. Ich sehe ja auch nie Fernsehen, sondern wenn, dann gucke ich mir etwas in der Mediathek an und ich sehe mir auch eigentlich nur öffentlich-rechtliches Fernsehen an. Und auch das nur sehr wenig. Wenn, dann höre ich öffentlich-rechtliches Radio. Da ist das Niveau ja deutlich höher. Ich glaube, dass der Zug abgefahren ist, dass man jetzt nochmal ein junges Publikum vor dem Fernseher versammeln kann. Aber die öffentlich-rechtlichen Anstalten finden ja im Internet statt und sie produzieren ja auch Tag aus, Tag ein für das Internet Primärformate. Und dort, glaube ich, hat man schon einen Redaktionsstab, der weiß, was so im Internet läuft. aber das heißt ja noch nicht, dass die das dann auch machen beziehungsweise da mögen einzelne gute Ideen haben. Aber das sind in Teams werden ja viele Ideen auch wieder kaputt gemacht. Also wir reden ja jetzt hier nicht nur über das Buch, sondern in gewisser Weise auch über meinen Ansatz. Und ich arbeite ja gerade nicht im Team. Also ich arbeite nie irgendwo in einem Team. Ich mache zwar mit Ole Nümon einen Podcast und mit Stefan Schulze einen Podcast, aber ich arbeite nicht mit denen im Team in dem Sinne, dass wir gemeinsam die Folgen machen. Das Einzige, was wir wirklich gemeinsam machen bei den 29ern, ist, dass wir das aufnehmen vor Ort und miteinander sprechen. Da ist nämlich die Gemeinsamkeit wichtig, weil es da um den Dialog geht, aber wir präparieren uns für die Folgen jeder für sich und da gibt es gar keinen Austausch. Bei Wohlstand für alle, wo wir das zusammen machen, ist der Austausch natürlich enger, aber auch da diskutieren wir nicht Dinge unendlich tot und machen irgendwelche Mindmaps und Skripte und was weiß ich alles, bis wir mal uns auf irgendwas geeinigt haben, sondern die Einigung, die thematische ist relativ schnell vollzogen und dann tauscht man sich darüber aus, was man rezipiert, also welche Texte man lesen sollte, zu dem einen Thema hat der andere schon mehr, der andere da weniger, so und dann arbeitet aber auch wieder jeder für sich allein, sonst kann man nicht arbeiten. Während ich, wenn ich solche Anfragen schon mal bekomme, also ich habe auch immer mal wieder irgendwelche Anfragen bekommen für Formate, an denen ich entweder teilnehmen soll oder der Host sein soll und damit meine ich jetzt nicht so eine Einladung wie der Presseclub, das ist natürlich problemlos, da fährt man hin, hat mal vorher mit der Redakteurin telefoniert und dann ist die Sendung, aber wenn es so andere Formatentwicklungen geben soll, da soll ja unendlich debattiert werden und da kommen die dazu und alle sagen, das war total spannend und bist du fein damit und diese ganzen Sätze fallen dann da, aber da kommt natürlich nie was bei rum und ich glaube, dass zu viel Teamarbeit die Kreativität vollkommen tötet. Man sollte in seinem Umkreis Menschen haben, die man befragen kann oder von denen man auch ausgehen kann, dass sie einem ehrlich die Meinung sagen. Das ist wichtig, aber nicht bei allem. Also ich muss nicht vorher jede Filmanalyse oder irgendwas absprechen. Das nicht. Das ist völliger Unsinn. Aber weiß ich nicht, wenn ich jetzt auf die Idee käme, einen OnlyFans Account aufzumachen, dann hätte ich genügend Leute in meinem Umkreis, die doch sehr Zweifel anmelden würden, ob das die richtige Idee ist. Das reicht aber dann und den Rest, da kann man auch auf sich selbst vertrauen und dass heute alles im Team oder in der Kunst dann im Kollektiv gemacht wird, ich bin sehr dagegen. Also ich glaube, dass das nur Kreativität tötet beziehungsweise innerhalb solcher Kollektive oder auch Redaktionen gibt es natürlich unsichtbare Hierarchien noch und nöcher und diese müssen aber dann besonders aufwendig verschleiert werden, da man ja alles angeblich gemeinsam entwickelt und macht und dadurch fühlen sich dann immer Leute benachteiligt oder manche legen die Hände in den Schoß und heimsen nachher die Lorbeeren ein. Das ist völlig unsinnig. Ich glaube an Zusammenarbeit im Sinne von man spricht miteinander über etwas oder man tauscht Ideen aus, man geht zusammen etwas essen, sagt hier, das wäre doch ein Thema. Ich hatte jetzt mit einem Freund zusammen in Hamburg ein Essen, wo es auch darum geht, ob wir mal eine Veranstaltung zusammen machen und dann kommen wir auf ein Thema, wo wir sagen, das ist eigentlich jetzt brisant. mich interessiert das, dann erfahre ich, ah, Ihnen interessiert das auch schon eine längere Zeit und dann sagt man, ja, das müssten wir angehen und das und das bedenken und dann endet das Gespräch wieder und dann geht jeder seine Wege und macht seine Arbeit, aber wenn ich jetzt sage, da telefonieren wir jetzt jede Woche dreimal und machen Zoom-Calls, das würde überhaupt nicht zu etwas führen, außer dass wir dann uns gegenseitig Zeit rauben und das, ich glaube, dass das ein großes Missverständnis ist und dass die Gesellschaft viel effizienter laufen könnte, wenn es weniger Meetings gäbe. Wenn man mit Journalisten redet, die bei Zeitungen arbeiten, also die dort Präsenzpflicht haben, dann klagen die auch unendlich darüber, dass es laufend Redaktionskonferenzen gibt. Noch einmal sei er hier genannt, Marcel Reich-Ranitzki hatte sich, der ja bei der FAZ für Literatur zuständig war, ausbedungen, dass er nicht an Redaktionskonferenzen, also nicht mal an der einen in der Woche teilnehmen musste. Er hat das entweder von zu Hause alles geleitet oder er ist mal ins Büro, aber nicht zu einer Konferenz. Das wäre heute natürlich undenkbar. Aber ich würde sagen, der Mann hat ja keine schlechte Arbeit da gemacht. Ja, Sie schreiben ja auch am Anfang Ihres Buches, dass Ihnen das eine, also die Möglichkeit allein zu arbeiten, aufgrund dessen, dass Sie den finanziellen Background auch dazu haben, aufgrund der Filmanalyse und so weiter und Ihrer Vorträge, ist eine geschenkte Freiheit, so haben Sie es genannt. Und es hat den Vorteil, dass Ihnen halt niemand in den Rücken fallen kann und Sie halt sagen können, was Sie gern möchten in Ihren Analysen, was Sie ja auch tun. Das ist ein großes Geschenk und wer schon mal zusammengearbeitet hat mit Redaktionen oder so, weiß, dass man alles nochmal durchkauen muss und so. Und bei manchen Dingen, also wo es jetzt wirklich um große Recherchen oder so geht, da wird man mit einem Team arbeiten müssen. Man wird nicht alleine aufklären können, was für Waffendieferungen es gegeben hat vor zehn Jahren oder so etwas. Da wird es schon mehrere Leute brauchen. Das will ich ja gar nicht in Abrede stellen. Nur, wenn man sagt, man muss alles durchdiskutieren und man glaubt auch, und das ist ja auch das Problem, wie Filme und Serien produziert werden, im Übrigen nicht nur in Deutschland, sondern überall und Netflix ist da ja auch leider so ein Vorreiter, dass man inzwischen, es war ja anfangs anders, dass man immer glaubt, man muss nochmal sondieren und jetzt ist es so, jetzt hat es sich so entwickelt und ich glaube, wir müssen jetzt mehr auf True Crime und jetzt müssen wir mehr das machen und hin und her und statt einfach mal zu vertrauen und auch sich klar zu machen, dass man eigentlich relativ wenig weiß über Erfolg und so etwas und dass man das gar nicht so programmieren kann, wie das diesen Leuten davor schwebt, dann würde man in viel größerem Maße eine Freiheit erreichen, bei der man sicherlich scheitern kann, bei der aber, wenn es gelingt, sehr viel Größeres geschehen kann. Wenn wir uns die kommenden Filme zum Beispiel anschauen, Killers of the Flower Moon ist ja etwas, wo ein Kopf dahinter steht, der da maßgeblich dafür verantwortlich zeichnet und dann gibt es aber auch noch so etwas wie The Marvels, was kommen wird, wo wahrscheinlich große Teams sowohl an der Geschichte als auch an einem anderen mitgearbeitet haben und ich kann mir gut vorstellen, dass sie persönlich sich mehr auf Killers of the Flower Moon statt auf The Marvels freuen. Das ist richtig und sicherlich ist ein Film immer auch Teamarbeit, da ja niemand in der Regel Drehbuch schreibt, Regie führt, Hauptdarsteller ist und noch die Kamera dabei hält oder so. Das kann ja nicht sein. Also es müssen schon Leute zusammenarbeiten. Das heißt, der Film ist Produkt eines arbeitsteiligen Wirtschaftens. das ist nicht anders herzustellen. Aber in einem jeden Bereich, da glaube ich, muss man auf die einzelnen Personen vertrauen. Sicherlich muss es Absprachen geben, aber nicht in der Form, dass da laufend irgendwelche Showrunner sind und Drehbuchautoren werden siebenmal ausgetauscht. Denn das sind ja alles dann Filme, die herauskommen, bei denen IMDb einem unendliche Listen anführt, wer alles mitgearbeitet hat. Aber das führt ja nicht dazu, dass man sagen kann, oh ja, die Qualität, die merke ich jetzt aber auch da. Denn hätte man vielleicht eine Person gehabt, die sich wirklich mal auf etwas konzentrieren kann und die ihre Idee durchsetzt, dann wäre da vermutlich etwas Besseres herausgekommen. Oder bei Drehbüchern ist es oft so, das war auch schon in der Vergangenheit so, dass zwei Leute geschrieben haben, vielleicht auch mal drei, also Lubitsch und Billy Wilder oder so, die haben dann was zusammen gemacht. Aber heute ist es ja ein Team und der macht noch ein paar Gags und der macht noch dies und das. Und ich würde ja, ich will ja nicht irgendeinem Geniekult hier das Wort reden. Ich würde ja sofort schweigen und es akzeptieren, wenn die Resultate besser wären, dann würde ich ja nicht hier sitzen und sagen, ich hätte aber gerne die alten Meister zurück oder so. aber meine Kinoerfahrung aus den letzten zehn Jahren ist ja, dass es eben nicht besser geworden ist, dass ich mich teilweise nicht mehr erinnern kann, wann ich überhaupt mal im Kino in einer Komödie gelacht habe und das liegt, glaube ich, nicht so daran, dass ich so ein bisschen grimmig durch die Welt gehe, ganz im Gegenteil, ich bin da eigentlich froh gemut und vor allem, wenn ich ins Kino gehe, gehe ich ja dahin, um auch Amüsement zu erleben, zumindest wenn es eine Komödie ist und das stellt sich aber nicht ein und dann frage ich mich schon, was haben denn diese ganzen Gag-Schreiber, die da engagierte wurden, sind gemacht und vielleicht hätte es dann gereicht, eine Person mal hinzusetzen, die etwas macht, also ich meine, man kann jetzt sagen, jetzt kommt er wieder mit Loriot an, aber Loriot hat das ja auch gemacht allein, der hat ja auch nicht, der hat ja auch nicht 50 Autoren da gehabt, die da rumgeschustert haben, sondern man hat eine klare Vision und setzt die um und wo dies aber nicht mehr möglich ist, also wo, und damit kommen wir eigentlich auch zu diesem Thema, das Scorsese ja in Bezug auf Marvel angesprochen hat, wo man die kreative Freiheit nicht mehr lässt, wo man nicht sagt, ja, es gibt diese Spannung zwischen den Marktinteressen und den künstlerischen Interessen, die müssen sich nicht ausschließen, aber manchmal knarzt es da ein bisschen im Gewelk, wenn das nicht mehr gegeben ist, diese Spannung, sondern man eigentlich sagt, wir setzen unsere Marktlogik auf diese kreativen Prozesse völlig drauf, beziehungsweise wir mit unserer Marktlogik glauben zu wissen, wie man kreative Prozesse optimiert, der hat das Resultat, das wir nun jetzt häufig erleben und das führt ja nicht dazu, wie gesagt, dass irgendetwas besser geworden ist, aber es ist da eine ganze Kaste entstanden von Managern und Supervisoren und Compliance-Abteilungen, die natürlich alle jetzt, also eigentlich sind das Bullshit-Jobs, würde David Graber sagen, die jetzt alle da sind und irgendwie wissen, wie der Hase läuft und eines wissen die aber nur, nämlich, dass sie ihre Tätigkeit ja irgendwie rechtfertigen müssen, damit sie weiterhin ihr Gehalt bekommen und so hat man da so ein System gebaut, das völlig überflüssig ist, aber für einige Leute sehr lukrativ und die gehen da auch nicht weg, also wir reden so viel über Disruption, da müsste sie tatsächlich mal stattfinden, das findet aber nicht statt, wann immer es dann Manager Neue gibt und Neuerungen kommen, dann gibt es meistens noch eine weitere Abteilung, noch mehr Überwachung, noch mehr Prozessoptimierung, die nur dazu führt, dass die Bürokratie noch größer wird, also wir lachen oft über die Misswirtschaften in realsozialistischen Ländern, wir haben bürokratische Monster im Kapitalismus geschaffen, ganze Systeme, die nur deshalb existieren, weil die Marktkräfte sich da nicht durchsetzen, sondern weil man da so ein ganz komisches System im System errichtet hat und das ist sehr, sehr schlimm, übrigens auch für die Leute, die da arbeiten, also ich kenne ja jetzt nicht nur Leute aus der Filmbranche, sondern auch aus anderen Bereichen, aus der Filmbranche kenne ich ohnehin nur sehr wenige und die Leute klagen ja alle sehr darunter, weil das darüber, denn das ist ja kein angenehmes Arbeiten, das kann man sich vorstellen, insofern ist das, dass ich die Filmanalyse so machen kann, wie ich sie machen kann, tatsächlich ein Geschenk und das erfüllt mich schon auch mit Dankbarkeit, dass ich mich damit beschäftigen kann und dass ich nicht morgen Rede und Antwort stehen muss in einem Zoom-Call und mir irgendwelche Zahlen vorgelegt werden, in denen mir gesagt wird, sehen Sie, Sie haben gestern eine Filmanalyse zu Der Nachtpotier von Liliana Cavani veröffentlicht, diese Analyse ist nicht so erfolgreich wie Ihre Analyse zum Barbie-Film. Dankeschön, das weiß ich selbst, das weiß ich aber schon, sobald ich mich entscheide, diese Analyse zu machen, dass ein Film von 1974 nicht so viele Zuschauer finden wird, wie ein aktueller Film, von dem alles spricht. Heute am Tag der Aufnahme haben Sie die Analyse hochgeladen. Hätte ich einen Tipp abgegeben, hätte ich vielleicht daran gedacht, dass Sie den neuen Johnny Depp Film oder so rezensieren und war dann sehr überrascht, dass Sie sich für einen Film entschieden haben, der wahrscheinlich nicht so wahnsinnig viele Klicks bringen wird, Ihnen aber sehr wichtig ist. Ja, das ist genau diese Freiheit. Sie haben gerade gesagt, dass Sie bei einer Komödie deswegen ins Kino gehen, um zu lachen. Allgemein sagen Sie in Ihrem Buch, dass Sie ins Kino gehen, um dem Alltäglichen zu entgehen und dann gehen Sie sogar noch einen Schritt weiter und sagen, am liebsten würden Sie das Alltägliche ganz aus Ihrem Leben verbannen. Ja. Das hat in mir so die Frage auf, ich glaube Ihnen das auch und würde gern mehr darüber erfahren, denn es hat bei mir so die Frage aufgeworfen, nach der Figur des, oder der Person des Wolfgang M. Schmidt, gibt es die Privatperson Wolfgang M. Schmidt oder ist das, was wir sehen, die Privatperson Wolfgang M. Schmidt? Das ist eine sehr gute Frage, die nämlich nicht so ist, wie die typische Frage, also die typische Frage ist, spielen Sie nur eine Rolle? Und das ist natürlich Unsinn, dass ich nur eine Rolle spiele, beziehungsweise man kann dann mit dem Soziologen Irving Goffman antworten, wir alle spielen Theater, womit er nicht meint, wir legen da einmal eine Maske an, sondern in verschiedenen Kontexten spielen wir verschiedene Rollen. Der Unternehmer ist in seinem Unternehmen der Unternehmer, wenn er zu Hause aber der Familienvater ist, spielt er die Rolle des Familienvaters, verhält sich so, schimpft mit dem Knaben und wenn er unter Freunden ist, spielt er die Rolle des Freundes, aber davon abgesehen, kann man diese Frage ja nochmal sich anders vergegenwärtigen, nämlich diese Frage nach dem Privaten und dem Öffentlichen. Ich habe das Glück, Glück, dass ich ja nicht in anderer Weise nochmal arbeite. Also es gibt eine interessante Unterscheidung bei Kant in seinem berühmten Essay Was ist Aufklärung zwischen öffentlich und privat. Nämlich mit öffentlich meint er nicht das, was wir mit öffentlich meinen, nämlich man sitzt zum Beispiel vor einer Kamera und redet oder schreibt einen Artikel öffentlich, sondern das wäre das Private. Das ist die private Artikulation von die Artikulation eines freien Bürgers, eines mündigen Bürgers, der publizistisch tätig ist und der quasi am Prozess der Aufklärung partizipiert, während bei Kant die öffentliche Figur also das ist eigentlich das öffentliche Moment, ich muss es jetzt klar machen. Er vergleicht das mit zum Beispiel Hochschullehrern, Universitätsprofessoren oder so. Wenn die an der Uni lehren und die haben ja ihren Eid geschworen, also das ist ja noch alles altes Preußen oder so bekannt, dann geht es ja darum, dass die verpflichtet sind, gewisse Inhalte zu vermitteln. Und da sind sie eigentlich die Privatpersonen, also im Sinne von sie müssen dort gewisse Dinge sagen, weil sie da dieses Amt ausführen. Aber öffentlich im Sinne von am bürgerlichen Prozess der Aufklärung partizipieren, sich äußern, die freie Meinung sagen, sich aus der Unmündigkeit herausziehen, nicht das sagen, was zu denken vorgegeben ist, sondern das, was man frei entwickelt hat. Da ist man eigentlich die öffentliche Person. Und insofern bin ich natürlich öffentliche Person, in der ich das äußere und muss nicht so reden, weil ich irgendwie einen Vertrag habe oder verbeamtet bin oder sonst irgendetwas. Und diese Frage, die Sie jetzt gestellt haben, noch mal so auf mich persönlich zugeschnitten, was bedeutet es eigentlich, also wenn ich sage, ich will das Alltägliche aus meinem Leben möglichst raushalten, dann bedeutet dass doch eigentlich diese Alltäglichkeiten, die das Leben nun einmal hat, ja, man kann sie wohl auch hübsch gestalten, aber mich interessiert eigentlich das darüber hinausgehende. Also ich möchte eigentlich nicht nur den Film, sondern generell die Beschäftigung mit der Kunst und vielleicht auch in gewisser Weise das Leben selbst und die Form, die man wählt, wie man lebt, auftritt, sich verhält, von dem Alltäglichen lösen, weil das Alltägliche so unglaublich banal und langweilig auch ist. Also ich weiß, dass ganz viele Leute so in diesem Alltäglichen aufgehen und das auch schön finden, so Rituale zu haben und dann sitzen sie alle auf der Couch-Landschaft und dann gucken, Zitat oder so. Ich kann mit diesen Alltäglichkeiten nichts anfangen, mich schrecken Familienfeiern in der Regel ab. Was man so tut in der Regel in der Freizeit, tue ich in der Regel nicht. Und deswegen ist also dieses Alltägliche etwas, was mir schon immer Suspekt war. und man kann es aber nicht ganz ablösen. Also man hat ja auch alltägliche Dinge zu tun, muss sich eine Bahnkarte buchen oder irgendwie sowas. Das kann man nicht völlig abstreifen, aber ich versuche es so gut es geht. Also ich gehe im Alltäglichen keineswegs auf, sondern versuche es zu minimieren und das Kino ist ein hervorragender Ort dafür, weil da das Alltägliche draußen bleibt, da kann das nicht mit reinkommen, da ist nicht irgendwie der Abwasch muss noch getan werden oder solche Dinge sind nicht da oder das Auto muss zur Inspektion, diese Dinge sind einfach nicht gegeben und das ist etwas, was ich am Kino sehr schätze, dass man entrückt ist von dem Alltäglichen und ich glaube, dass das jetzt gar nicht so ungewöhnlich ist, vielleicht in der Radikalität, in der ich es formuliere, aber gar nicht so ungewöhnlich ist bei den meisten Menschen, dass sie dem Alltag entkommen wollen und dann kann man das negativ als Eskapismus hinstellen, aber man kann es auch positiv hinstellen, denn tatsächlich ist ja auch der Alltag oft nicht so toll. Also ich weiß nicht, aber ich habe schon oft in Gesellschaften, also mittlerweile bin ich da sehr also wähle ich sehr aus, aber früher, wenn man sich vielleicht noch nicht so aussuchen konnte und der Schulzeit oder so oder Nachbarschaft, man ist ja doch auch ein bisschen den Gegebenheiten, in denen man lebt, ausgeliefert, habe ich schon oft da gesessen und hätte mir gewünscht, diese Dialoge nicht führen und hören zu müssen und stattdessen die Dialoge aus einem Film von Visconti oder Godard rezipieren zu können oder etwas zu lesen. Also man wird natürlich durch diese Beschäftigung mit guten Filmen und guter Literatur auch wie soll ich sagen, ein bisschen geschmäcklerisch beziehungsweise ein bisschen verwöhnt. Wenn man mal so einen Abend mit James Stewart und Grace Kelly verbracht hat, da muss man erst mal sehen, wo man da im Alltag wieder drankommt. Wobei der Geschmack des Alltags ja auch eine sehr subjektive Sache ist. Sie haben beispielsweise mit Ole Nüman in dem Podcast wo ich dann für man dann ja kochen könnte und hat das als etwas sehr Positives dargestellt und sie entgegneten dann darauf hin, dass sie schon sehr gern gut essen, aber das Kochen für sie halt nicht in Frage kommt. Das ist glaube ich eine dieser Alltäglichkeiten, die sie meinen. Ja, ich kann das nachvollziehen, dass Leute das Freude macht, zu kochen. Also das ist ja jetzt nicht so ungewöhnlich. Das ist ja auch sehr gut. Ich profitiere ja auch sehr davon, wenn anderen Leuten das Spaß macht. Ja, das ging auch daraus hervor aus ihrem Gespräch. Was mich noch interessieren würde, im Zusammenhang mit dem Thema eine Rolle spielen oder sich präsentieren in der Öffentlichkeit in ein paar ihrer allerersten Videos. Das eine war X-Man, die letzte Entscheidung und das andere war Hangover 2. Da haben sie jeweils einfach ohne das zu kommentieren zwischendurch mal eine Zigarette geraucht und in einem Video, wo ich eigentlich erwartet hätte, dass sie es tun, haben sie es nicht gemacht, warum in der Zigarettenwerbung nicht mehr Überlegung, also es waren wahrscheinlich gar keine Überlegungen, sondern ich dachte, ach ich rauche jetzt mal noch eine Zigarette dazu, das hat man ja früher im Fernsehen häufig gemacht, es ist aber sehr unpraktisch einfach deshalb, weil, oder beziehungsweise es hat etwas sehr Artifizielles deshalb, weil man ja einen Monolog hält und man muss ja fortwährend reden, wenn man alleine ist und an der Zigarette kann man sehr elegant ziehen, wenn dann gerade ein anderer spricht, selbst sich unterbrechen muss, um an der Zigarette zu ziehen, dann wirkt das ein bisschen komisch und es ist sowieso nicht so, dass ich viel rauche, insofern muss ich jetzt auch nicht das Bild zeichnen vom dauerrauchenden Filmkritiker oder so wie Michelle Welbeck selten ohne Zigarette gesichtet wird, das ist einfach bei mir nicht der Fall Ich war sehr überrascht, weil ich habe die Videos erst, das sind ja sehr alte Videos von Ihnen gehören mit zu Ihren ersten erst vor kurzem das erste Mal gesehen und war deshalb sehr erstaunt und habe mir die Frage gestellt war Es gibt schlimmere Jugendsünden als Zigarette geraucht Keine Frage aber sie wären dem quasi auch nicht ganz abgeneigt in einem Dialog zur Zigarette zu greifen Ja, ich glaube ich habe hin und wieder wenn als wir während der Lockdowns solche Livestreams gemacht haben mit Thilo Jung und Gästen habe ich glaube ich hin und wieder mal eine Zigarette geraucht aber ist also ich lege das jetzt nicht darauf an und man muss sich das gut überlegen wenn man das jetzt heute macht nicht weil Leute sich darüber aufregen dass geraucht wird sondern es ist die Frage wie weit dieser Habitus noch heute funktioniert also die Selbstverständlichkeit mit der in den 70er und noch 80er Jahren im Fernsehen geraucht wurde in Diskussionsrunden die Masse die dort verraucht wurde und wenn man das auch mal in der eigenen Familie fragt wie viel da geraucht wurde und wo überall ist das heute gar nicht mehr vorstellbar an der Uni wurde bis in die 90er Jahre hinein geraucht im Hörsaal die Leute sind rauchender Weise durch die Gänge gegangen das ist völlig anders also das ist ein solcher Bruch mit dieser Rauchkultur den also wir kennen diese alte Rauchkultur kaum noch wahrscheinlich also uns werden ein paar zuhören die etwas älter sind und die kennen das dann noch eher aber ich kann mich zum Beispiel noch erinnern auf Kindergeburtstagen gewesen zu sein also selbst als Kind wo natürlich dann zehn Erwachsene kamen die Kinder abgeholt haben und alle haben geraucht erst mal im Wohnzimmer heute ist glaube ich eine Zigarette und Kinder zusammen ich weiß gar nicht dann kommt man wahrscheinlich ins Gefängnis oder so wenn man da also würde man gar nicht auf die Idee kommen mehr jetzt auf zu sagen ein Kindergeburtstag ich mache mir mal eine Zigarette an also es wird es auch noch irgendwo geben aber es ist wirklich selten geworden und das war völlig normal also ich erinnere so Karnevalssitzungen für Kinder wo wirklich alle Erwachsenen da saßen und nahezu Kette geraucht haben das bedeutet also das war so inkorporiert dass man raucht das war wirklich so nur so eine Verlängerung des eigenen Körpers die Zigarette dass das heute nicht mehr herstellbar ist es mag noch ein paar Leute geben die derart exzessiv rauchen und für die ist das wie atmen aber für alle anderen ist es dann vielleicht doch eher der sehr bewusste Griff zur Zigarette und ob dieser bewusste Griff im Fernsehen funktioniert oder dann doch zu gekünstelt wirken kann das ist die Frage ja also ich erinnere mich auch noch an die Zeit als das noch nicht unter Strafe stand beispielsweise wenn man ein Kind mit dem Auto hatte zu rauchen und dann darf man das heute nicht mehr ich weiß gar nicht wie das ist ja soweit ich weiß wurde das ich glaube es soll geändert werden oder so ach so ja okay ich werde es einblenden für die Zuschauer das recherchieren gut aber die Tatsache dass sie sich daran erinnern ist ein Beleg für ihr Alter ich möchte noch mal ganz kurz die letzte persönliche Frage quasi ist eigentlich gar keine Frage aber beim unserem ersten Gespräch hatte ich gesagt habe ich sie auf ihr Alter angesprochen auf Grundlage ihres Wikipedia Artikels und nicht lang nach unserem Gespräch hat sich ihr Wikipedia Artikel geändert und jetzt ist dort kein absolutes Datum mehr zu finden sondern nur ein sehr relatives und ist jetzt angegeben mit 1987 und 88 im Prinzip kann ich jeden Tag Geburtstag feiern das ist doch herrlich ja ich glaube nicht dass es auf Grundlage unseres Interviews des Speziellen war aber es war irgendwie ein witziger Zufall dass es dann danach so geändert worden ist bevor ich zu meiner Abschlussfrage komme noch eine kleine Zwischenfrage und zwar Filmkunstkinos also ich habe versucht ich wollte sie eigentlich mit einigen Rezensionen und so weiter konfrontieren zu ihrem Buch es gibt noch nicht so viele ja genau und halt wahrscheinlich auch zu dick also wäre jetzt ernsthaft also ich hatte sehr ich habe es muss ich ehrlich sagen nicht vollständig gelesen ich habe einiges gelesen aber um heute das Gespräch durchführen zu können musste ich bestimmte Dinge einfach erstmal überfliegen die einzige Rezension die ich auf Amazon gefunden habe ist hervorragend eben wie die Filmanalysen gibt jetzt nicht so viel her dass wir darüber diskutieren könnten Filmkunstkinos schreibt sie stehen als intellektueller Filmkritiker allein auf weiter Flur im deutschsprachigen YouTube Ötland das fand ich eine nette Umschreibung und dann wird ihnen noch nachgesagt dass das Bambi Kino ihr Lieblingskino in Düsseldorf ist und da habe ich mich gefragt was macht denn eigentlich ein Kino zu einem guten Kino Nun ein gutes Kino muss erstmal einen oder mehrere schöne Säle haben eine gute Akustik und eine gute Projektion muss möglich sein außerdem ist es von nöten dass man so sitzen kann dass man sich nicht im Wege sitzt und dann schätze ich es sehr wenn es in Kinos auch die Möglichkeit gibt noch im Foyer zu verweilen möglicherweise noch einen Kaffee dort zu trinken ich brauche jetzt keine Wohnzimmer Atmosphäre aber ich finde es doch ein bisschen schöner wenn es ein Ort ist wo man nicht nur reinrennt den Film sieht und sofort wieder rausläuft und das ist zum Beispiel im Bambi in Düsseldorf gegeben aber es gibt ja einige solcher kleineren Kinos die tatsächlich sehr sehr schön angelegt sind Ja meine Abschlussfrage für heute hängt auch mit dem Kino zusammen ich würde Sie gern mit einem Satz von Ihnen konfrontieren und zwar sagten Sie mal ich gehe am liebsten aus dem Kino kurze Pause mit Gedanken was waren die letzten schönen Gedanken mit denen Sie aus dem Kino gegangen sind Ich gehe nicht immer mit schönen Gedanken aus dem Kino insofern ist die Frage gut denn man muss dann doch ein bisschen oder ich muss ein bisschen zurück gehen und überlegen wo waren die Gedanken denn sehr schön und ich habe den Film Past Lives gesehen vielleicht haben Sie den auch schon gesehen der gerade viel von sich reden macht und das ist ein Film den ich nicht vollends für gelungen halte der vielleicht ein bisschen gespreizt an einigen Stellen ist aber was mich an diesem Film interessiert hat war dass sich dort zwei wiederbegegnen die sich ewig nicht gesehen haben ein Mann der in Korea geblieben ist eine Frau die inzwischen in den USA lebt in New York lebt dort eine Karriere macht in einer Beziehung ist in einer an sich glücklichen Beziehung und trotzdem taucht da diese Vergangenheit wieder auf und sie begegnen sich dort und in New York also sie sehen sich wieder und man kann dies natürlich alles beschreiben und gute Literatur kann ausdrücken was diese beiden sich fühlen oder wie es sich anfühlt sich nach dieser Zeit wieder zu begegnen aber was dann doch so ein Film schafft ist nicht dass ein Bild mehr als tausend Worte sagt sondern dass ein Bild anders sprechen kann und dann sieht man wie diese beiden Gesichter von der Kamera mit schöner Klarheit und aber nicht so analytisch sondern eher mit so einer herzerwärmenden Klarheit diese Gesichter zeigt wie sie sich über die Wiederbegegnung freuen und zugleich ängstigen vor all dem was kommen könnte ob dies möglicherweise einen Umsturz in ihrem Leben bedeuten könnte und das alles ist ablesbar in diesen Gesichtern und man kennt dies möglicherweise aus der Realität aber man kann und darüber dachte ich nach es nicht mitnehmen und nachmachen also man kann quasi im Kino manchmal was lernen und manchmal nichts lernen man kann natürlich sagen ich mache jetzt meine Morning Routine so wie Patrick Bateman so das kann ich natürlich machen habe ich das gelernt aber wirklich diese Gesichter die man dort bekommt diese Ausdrucks Möglichkeiten die man dort sieht die kann man nicht so direkt mitnehmen und sagen so würde ich dann auch mal gucken oder so würde ich auch darauf reagieren und diese Kluft ist so interessant und dass wenn man selbst in der Situation natürlich wäre einer solchen Wiederbegegnung genau diese Art der Reflexion die das Kino einem ermöglicht weil man ja nur der Zuschauer ist und trotzdem wahnsinnig mitfühlt dass man die wenn man selbst in die Situation geworfen ist anders die Situation betrachtet und dies nicht aufgreifen kann und über solche Dinge denke ich danach so verlasse ich das Kino und aber auch diese Kraft des Kinos dass wir über alles reden können was technisch möglich ist aber es ist einfach faszinierend zu sehen dass man noch immer eigentlich im Kino heute das tun kann was man im Kino immer tat man zeigt ein Gesicht mit einem Ausdruck und sofort ist eine Geschichte da sofort sind wir in irgendeiner Weise davon berührt und das zeigt mir wie aktuell das Medium Film nach wie vor ist vielen Dank dass Sie heute die Zeit gefunden haben hier zu sein das waren wieder sehr interessante Antworten die Sie gegeben haben ich kann jedem nur empfehlen sich das Buch die Filmanalyse Kino anders gedacht zuzulegen das Vorwort und auch die Dinge die über die eigentlichen Analysen hinausgehen sind äußerst lesenswert und wundern Sie sich nicht wenn Sie nachdem Ihr Buch mit Filmen sehen lernen erschienen ist vielleicht noch mal eine E-Mail von mir erhalten werden ich danke Ihnen und komme gerne wieder hier hier mit Vielen Dank.